Zweites Buch Die größte Breite der Insel Utopia beträgt zweimal hunderttausend Schritte. Diese Breite befindet sich in der Mitte und nimmt von hier aus bis an die beiden Endpunkte allmählich und symmetrisch in dem Maße ab, dass die ganze Insel sich zu einem Halbkreis von 500 Meilen im Umfang abrundet und die Gestalt eines Mondviertels zeigt, dessen Hörner ungefähr elftausend Schritte voneinander entfernt sind. Dies ungeheure Bassin wird vom Meer aus gefüllt. Dies wie ein Amphitheater begrenzenden Landzungen brechen hier die Wut der Winde, besänftigen die empörte Woge und geben der großen Wassermasse den Anschein eines ruhigen Sees. Dieser ausgehöhlte Teil der Insel gleicht einem einzigen äußerst geräumigen und von allen Seiten zugänglichen Hafen. Die Einfahrt in den Meerbusen ist wegen der Sandbänke auf der einen und der Klippen auf der anderen Seite gefährlich. In seiner Mitte erhebt sich ein Felsen, der jedoch schon von Weitem gut zu sehen ist und deshalb keine Gefahr darstellt. Die Utopier haben auf demselben eine Festung erbaut, die durch eine gute Besatzung verteidigt wird. Andere unter dem Wasser verborgene Felsen legen dem Schiffer unvermeidliche Schlingen. Nur die Eingeborenen kennen die Fahrbahnstellen und man darf daher mit Recht in diese Meerenge nur eindringen, wenn man einen utopischen Lotsen an Bord hat. Aber auch diese Vorsichtsmaßregel würde nicht genügen, befänden sich nicht in gemessenen Entfernungen Leuchttürme an der Küste, um die einzuschlagende Richtung vorzugeben. Die einfache Versetzung dieser Leuchttürme würde ausreichen, um die zahlreichste Flotte dadurch zu vernichten, dass man ihr eine falsche Richtung gäbe. An der entgegengesetzten Seite der Insel findet man besuchte Häfen. Die Küsten sind durch Kunst und Natur so gut befestigt, dass eine Handvoll Menschen die Ausschiffung einer großen Armee würde verhindern können. Traditionen zufolge, die übrigens in der geografischen Gestalt des Landes vollkommene Bestätigung erhalten, war dasselbe nicht immer eine Insel. Früher führte es den Namen Abraxa und hing mit dem Kontinent zusammen. Utopus, der sich desselben bemächtigte, gab ihm seinen Namen. Dieser Eroberer war ein genialer Kopf. Er wusste, eine rohe und barbarische Bevölkerung zu entwildern und ein Volk daraus zu machen, dessen Zivilisationsstufe gegenwärtig diejenige aller anderen überragt. Nachdem der Sieg ihn zum Herrn des Landes gemacht hatte, ließ er eine Erdenge von 15.000 Schritt abtragen, die das Land mit dem Kontinent verbannt. So wurde das Land Abraxa zur Insel Utopia. Zur Ausführung dieses Riesenwerkes verwandte Utopus sowohl die Soldaten seiner Armee als auch die Eingeborenen, damit diese die vom Sieger ihnen auferlegte Arbeit nicht als eine Demütigung und Schmach betrachten sollten. Tausende von Armen wurden somit in Bewegung gesetzt, und bald sah man das Unternehmen von Erfolg gekrönt. Die Nachbarvölker hatten das Werk anfangs als ein eitles und chimärisches Beginnen ins Lächerliche gezogen und waren daher jetzt umso mehr von einem Erstaunen ergriffen, das an Schrecken grenzte. Die Insel Utopia zählt 54 geräumige und prachtvolle Städte. Sprache, Sitten, Einrichtungen und Gesetze sind in allen völlig dieselben. Die 54 Städte sind nach demselben Plan erbaut. Sie besitzen die gleichen Anstalten und die gleichen öffentlichen Gebäude, nur dass diese dem Erfordernis der Örtlichkeiten gemäß modifiziert sind. Die größte Entfernung zwischen diesen Städten beträgt 24 Meilen und die geringste eine Tagreise zu Fuß. Von jeder Stadt werden jährlich drei erfahrene und fähige Kreise zu Abgeordneten ernannt. Diese versammeln sich zu Amaurote, um dort über die Angelegenheiten des Landes zu beraten. Amaurote ist die Hauptstadt der Insel. Ihre mittlere Lage macht sie zum schicklichsten Bereinigungspunkt für die sämtlichen Abgeordneten. Jeder Stadt ist ein Minimum von 20.000 Schritten Grundgebiets für den Anbau und Bedarf an Lebensmitteln zugewiesen. Im Allgemeinen entspricht der Umfang des Grundgebiets der Entfernung der Städte. Die glücklichen Einwohner desselben suchen die durch das Gesetz festgestellten Grenzen nie zu erweitern. Sie halten sich nicht so sehr für die Eigentümer als für die Pächter des Bodens. Inmitten der Felder findet man bequem Gebaute und mit jeder Art von Ackerbaugeräten umgebende Häuser. Sie dienen den Scharen der Arbeiter, welche die Stadt zu bestimmten Zeiten aufs Land schickt, als Wohnungen. Eine Ackerbaufamilie besteht aus wenigstens 40 Individuen, Männer und Frauen sowie zwei Sklaven. Sie befindet sich unter der Direktion eines Familienvaters und einer Familienmutter, die ernste und verständige Leute sind. 30 Familien werden von einem Filarchen dirigiert. Alljährlich kehren 20 Ackerbauer aus jeder Familie in die Stadt zurück. Es sind dies diejenigen, die ihre zwei Jahre des Ackerbaudienstes beendet haben. Sie werden durch 20 andere Individuen ersetzt, deren Dienstzeit erst beginnt. Die Neuankömmlinge erhalten ihre Unterweisung von denjenigen, die bereits ein Jahr auf dem Land gearbeitet haben und im nächsten Jahr werden dann sie selbst es sein, die Unterricht erteilen. Auf diese Weise sind die Ackerbauer nie alle zugleich Ignoranten und Neulinge und die öffentliche Subsistenz hat von der Unerfahrenheit der mit ihrer Sicherstellung beauftragten Bürger nicht zu befürchten. Jene jährliche Ablösung hat noch einen anderen Zweck. Man will das Leben der Bürger nicht allzu lange für materielle und mühsame Arbeiten in Anspruch nehmen. Doch trifft es sich natürlich, dass einige am Ackerbau Geschmack finden und diesen erlaubt man gern, mehrere Jahre auf dem Land zuzubringen. Die Ackerbauer bestellen das Feld, besorgen die Viehzucht, sammeln Holz und führen ihre Vorräte zu Land oder zu Wasser der benachbarten Stadt zu. Sie haben ein äußerst sinnreiches Verfahren, um eine große Menge von Hühnern zu gewinnen. Sie überlassen das Ausbrüten der Eier nicht den Hennen, sondern bedienen sich dazu einer künstlichen Wärme von dem erforderlichen Grad. Sobald das Küken sich von der Schale befreit hat, ist es der Mensch, der bei demselben Mutterstelle vertritt, es beaufsichtigt und immer wieder zu erkennen weiß. Sie ziehen nur wenig Pferde und selbst diese wenigen sind von feuriger Art und nur dazu bestimmt, die Jugend in der Behändigkeit zu üben. Die Ochsen werden ausschließlich für den Ackerbau und Transport benutzt. Der Ochse, sagen die Utopier, besitzt nicht die Lebhaftigkeit des Pferdes, aber er übertrifft das Letztere an Geduld und Kraft. Er ist weniger Krankheiten unterworfen, billiger zu füttern und wenn er nicht mehr zur Arbeit taugt, dient er noch für den Tisch. Die Utopier verwandeln das Getreide in Brot. Sie trinken den Saft der Weintraube, des Apfels, der Birne. Das Wasser trinken sie entweder ohne Beimischung oder mit Honig und Süßholz gekocht, woran sie an Überfluss besitzen. Die Qualität der Lebensmittel, welche der Bedarf jeder Stadt und ihres Grundgebietes erfordert, ist äußerst genau bestimmt. Nichtsdestoweniger treiben die Einwohner den Kornbau und die Viehzucht weit über jenen Bedarf hinaus. Der Überschuss wird für die nächsten Jahre zurückgelegt. Was die Möbel, Hausgeräte und andere Gegenstände anlangt, die auf dem Land nicht zu haben sind, so sehen die Ackerbauer sich nach diesen in der Stadt um. Sie wenden sich deshalb an den städtischen Magistrat, der sie ihnen unverzüglich und ohne Vergütung ausliefern lässt. Alle Monate versammeln sie sich zur Feier eines Festtags. Sobald die Zeit der Ernte kommt, benachrichtigen die Villarchen der Ackerbaufamilien die Magistrate der Städte von der Zahl der Hilfsarbeiter, die an sie bedürfen. An dem dazu fest gesetzten Tage langen dann Scharen von Schnittern an, und wenn der Himmel heiter ist, wird die ganze Ernte fast an einem einzigen Tag eingebracht. Von den Städten Utopias und insbesondere von der Stadt Amaurote Wer eine Stadt kennt, kennt alle. Soviel die Natur des Ortes erlaubt, sind alle miteinander völlig gleich. Ich könnte Ihnen daher ohne Unterschied die erstbeste beschreiben. Da aber Amaurote als Sitz der Regierung und des Senats den Vorrang vor allen übrigen Städten hat, werde ich diese vorzugsweise herausheben. Amaurote liegt auf dem Abhang eines sich sanft erhebenden Hügels. Der Form nach bildet sie fast ein Quadrat. Ihre Breite beginnt ein wenig unter den Gipfel des Hügels, zieht sich etwa 2000 Schritte an den Ufern des Flusses anüder hin und nimmt in demselben Maße zu, je weiter man diesen Fluss hinabschreitet. Die Quelle des Anüder ist schwach. Sie befindet sich 80.000 Schritte aufwärts von Amaurote. Während seines Laufes schwillt dieser Bach allmählich durch die Aufnahme mehrerer Flüsse an, unter welchem man zwei von mittlerer Größe zählt. Vor Amaurote hat der Anüder schon eine Breite von 500 Schritten. Weiterhin nimmt dieselbe zu, bis er sich endlich, nachdem er eine Länge von 60 Meilen durchlaufen hat, ins Meer ergießt. Auf der ganzen Strecke zwischen der Stadt und dem Meer, sowie noch einige Meilen oberhalb der Stadt, hemmen Ebbe und Flut, die täglich sechs Stunden dauern, den Lauf des Flusses in aufwallender Weise. Während der Flut füllt der Ozean das Bett des Anüder mit seinen Wellen auf einer Länge von 30 Meilen und treibt ihn gegen seine Quelle zurück. Das Salzwasser teilt dann dem Fluss seine Bitterkeit mit. Sobald jedoch die Ebbe eintritt, reinigt derselbe sich allmählich wieder, so dass er der Stadt ein süßes und trinkbares Wasser liefert und dasselbe bis nahe vor seiner Mündung unvermischt beibehält. Die beiden Ufer des Anüder sind durch eine Steinbrücke miteinander verbunden. Diese Brücke, die aus bewundernswert gewölbten Bögen besteht, befindet sich an demjenigen äußersten Ende der Stadt, welches vom Meer am weitesten entfernt liegt, damit die Schiffe an allen Punkten der Rede anlegen können. Amaurote wird noch von einem zweiten Flusse durchschnitten, der freilich klein, aber schön und ruhig ist. Dieser Fluss entspringt in geringer Entfernung von der Stadt auf dem Hügel, auf welchem die letztere liegt, und nachdem er sie in zwei Hälften geteilt hat, vereinigt er sich mit dem Anüder. Die Amaurotaner haben die Quelle desselben mit Mauern umzogen, die sich bis in die Vorstädte hineinziehen. So kann der Feind im Fall einer Belagerung den Fluß weder vergiften noch den Lauf desselben hemmen oder in ein anderes Bett leiten. Von den höchsten Punkten gehen in allen Richtungen Röhren von Siegelsteinen hinab, die das Wasser in die niedrigeren Stadtteile leiten. Wo dies Mittel nicht anwendbar ist, sammeln große Zisternen für den verschiedenen Gebrauch der Einwohner das Regenwasser. Die Stadt ist von einem Gürtel hoher und breiter Mauern eingeschlossen, und in sehr geringen Entfernungen erheben sich Türme und Schanzen. Die Welle sind auf drei Seiten von Gräben umgeben, die zwar beständig trocken, jedoch breit, tief und mit Hecken und Gebüschen bewachsen sind. Der vierten Seite dient der Fluß selbst statt des Grabens. Die Straßen und Plätze eignen sich ebenso gut für den Transport, wie sie gegen den Wind schützen. Die Gebäude bieten viel Bequemlichkeit, sie zeichnen sich durch Eleganz und Sauberkeit aus und bilden die ganze Länge der Straßen entlang, deren Breite etwa 20 Fuß beträgt, zwei zusammenhängende Reihen. Hinter und zwischen den Häusern befinden sich weitläufige Gärten. Jedes Haus hat eine Tür auf die Straße und eine Tür in den Garten. Diese Türen öffnen sich auf einen leichten Druck der Hand und lassen den ersten Besten eintreten. Die Utopier gehen hierin von dem Grundsatz des gemeinschaftlichen Besitzes aus. Um sogar jeden Gedanken an einen persönlichen und unumschränkten Besitz vorzubeugen, wechseln sie alle zehn Jahre ihre Häuser und losen um dasjenige, welches ihnen zuteil werden soll. Die Bewohner der Städte besorgen ihre Gärten mit Liebe. Sie ziehen Wein, Früchte, Blumen und alle Arten von Pflanzen. Sie bewähren dabei so viel Einsicht und Geschmack, dass ich nirgendwo anders eine ähnliche Fruchtbarkeit und Fülle gesehen habe, die sich mit diesem so reizenden Anblick vergleichen ließe. Das Vergnügen ist nicht die einzige Ursache, die sie zur Gärtnerei anspornt. Zwischen den verschiedenen Stadtteilen herrscht ein gewisser ehrgeiziger Streit. Sie kämpfen miteinander um die Wette, wessen Garten am besten bestellt sein werde. In der Tat lässt sich schwerlich etwas denken, das den Bürgern angenehmer oder nützlicher sein könnte als diese Beschäftigung. Der Gründer des Reiches hatte das klar eingesehen, denn er arbeitete mit allen Kräften dahin, dem Geistern diese Richtung zu geben. Die Utopier schreiben dem Utopus den allgemeinen Plan ihrer Städte zu. Diesem großen Gesetzgeber fehlte es an Zeit, die von ihm projektierten Bauten und Verschönerungen auszuführen. Dazu bedurfte es mehrerer Generationen. Und so überließ er der Nachwelt die Sorge, sein Werk fortzusetzen und zu vervollkommenen. Die utopischen Annalen, die seit der Eroberung der Insel gewissenhaft geführt wurden, umfassen eine Geschichte von 1760 Jahren. Diesen Annalen zufolge waren die Häuser anfangs sehr niedrige Hütten aus Holz mit Lehmauern und spitz zulaufenden Strohdächern. Heutzutage sind die Häuser elegante Gebäude mit drei Etagen. Die äußeren Mauern bestehen aus Stein oder Ziegel, die inneren aus Gips. Die Dächer sind flach und mit einem zerstoßenen und unbrennbaren Material bedeckt, das nichts kostet und besser als Blei die Angriffe des Wetters abhält. Glasfenster, von Glas macht man auf der Insel großen Gebrauch, schützen gegen den Wind. Hin und wieder benutzt man statt des Glases ein Gewebe von äußerster Zartheit, das man mit Ambra oder transparentem Öl bestreicht und das somit gleichfalls das Licht, aber nicht den Wind durchlässt. Von den Magistraten. Dreißig Familien wählen jährlich einen Magistrat. In der alten Landessprache heißt derselbe Syphugrant in der heutigen Philarch. Zehn Syphugranten und deren dreihundert Familien ein Gehorchen einem Protophyllarchen oder wie die alte Sprache ihn nannte, einen Traniboren. Den Syphugranten endlich, der Zahl nach zwölfhundert, obliegt die letzte Wahl. Nachdem sie geschworen haben, ihre Stimme dem besten und fähigsten Bürger zu geben, schreiten sie in geheimer Abstimmung ans Werk und erklären einen der vier Bürger, welche das Volk vorgeschlagen hat, zum Fürsten. Denn da die Stadt in vier Viertel abgeteilt ist, stellt jedes derselben dem Senat seinen Gewählten vor. Die Fürstenwürde gilt auf Lebenszeit, vorausgesetzt, dass der Fürst nicht im Verdacht steht, nach der Alleinherrschaft zu streben. Die Traniboren werden alljährlich gewählt, aber man wechselt sie nicht ohne gewichtige Gründe. Die übrigen oberichkeitlichen Personen werden jährlich durch neue ersetzt. Alle drei Tage, nötigenfalls auch öfter, halten die Traniboren eine Sitzung mit dem Fürsten, um über die Angelegenheiten des Landes zu beraten und möglichst schnell die zwischen Privatpersonen anhängigen Prozesse zu entscheiden, welche letztere übrigens äußerst selten sind. Jeder Sitzung des Senats wohnen zwei Syfogranten bei und diese beiden oberichkeitlichen Volksvertreter wechseln in jeder Sitzung. Das Gesetz will, dass die Fragen von allgemeinem Interesse im Senat drei Tage zuvor abgehandelt werden, ehe zur Abstimmung geschritten und der Vortrag in ein Dekret verwandelt wird. Außerhalb des Senats und der Volksversammlungen zur Beratung über öffentliche Angelegenheiten zusammenzukommen, ist ein Verbrechen, auf welches der Tod steht. Diese Bestimmungen sollen den Fürsten und die Traniboren daran hindern, sich gemeinschaftlich gegen die Freiheit zu verschwören, das Volk durch tyrannische Gesetze zu unterdrücken und die Regierungsform zu ändern. Die Konstitution ist in dieser Rücksicht so wachsam, dass Fragen von hoher Bedeutung den Versammlungen der Syfogranten vorgelegt werden, welche sie ihren Familien mitteilen. Die Sache wird dann in einer Volksversammlung geprüft und die Syfogranten geben später, nachdem sie dieselbe gründlich erwogen haben, dem Senat ihre Meinung und den Willen des Volkes kunden. Mitunter wird sogar das Gutachten der ganzen Insel eingeholt. Unter den Regeln für den Senat verdient die Folgende erwähnt zu werden. Wenn ein Vorschlag gemacht wird, darf man ihn nicht an demselben Tage untersuchen. Die Bewahrung wird bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben. Auf diese Weise läuft niemand Gefahr, unbedacht seine erstbesten Ansichten auszusprechen und später eher die Verteidigung der Letzteren als das allgemeine Beste im Auge zu haben. Denn ereignet es sich nicht häufig, dass man vor der Scham des Widerrufs und dem Geständnis eines unüberlegten Irrtums zurückweicht. In solchen Fällen opfert man das öffentliche Wohl der Erhaltung des eigenen Rufs. Der Gefahr einer solchen Übereilung ist man nun zuvor gekommen und den Senatoren bleibt hinreichende Zeit zur Überlegung. Von den Künsten und Handwerken. Es gibt eine Beschäftigung, die allen Utopien, Männern wie Frauen, gemeinschaftlich ist und von welcher niemand sich ausschließen darf. Diese Beschäftigung ist der Ackerbau. Die Kinder lernen ihn theoretisch in den Schulen und praktisch auf den die Stadt begrenzenden Feldern, wohin man sie spazieren führt. Dort sehen sie Arbeiten. Sie arbeiten auch selbst und diese Übung entwickelt überdies ihre physischen Kräfte. Außer dem Ackerbau, der, ich wiederhole es oft, eine Pflicht für alle ist, wird jedem ein besonderer Erwerbszweig zugewiesen. Die einen weben Wolle oder Flachs, die anderen sind Maurer oder Töpfer, wieder andere arbeiten mit Holz oder Metallen. Dies sind die vornehmsten Metiers. Kleider haben für alle Bewohner der Insel dieselbe Form. Sie ist unveränderlich. Sie unterscheidet bloß das männliche Geschlecht vom Weiblichen, das Zölibat von der Ehe. Die Kleider vereinigen Eleganz mit Bequemlichkeit. Sie gestatten dem Körper jede mögliche Bewegung. Sie schützen ihn vor der Hitze des Sommers und der Kälte des Winters. Jede Familie fertigt ihre Kleider selbst. Alle ohne Ausnahme, Männer und Frauen, sind gehalten, eins der oben erwähnten Metiers zu erlernen. Da die Frauen schwächer sind, arbeiten sie meistens nur in Wolle und Flachs. Den Männern obliegen die mühsamen Beschäftigungen. Im Allgemeinen wird jeder für das Handwerk seiner Eltern herangebildet. Denn die Natur flößt gewöhnlich Geschmack für dasselbe ein. Wenn in dessen jemand mehr Geschick und Neigung für ein anderes Geschäft in sich fühlt, wird er durch Adoption von einer derjenigen Familien aufgenommen, die jenes ausüben, und sowohl sein Vater als auch der Magistrat tragen Sorge, ihn in den Dienst eines rechtsschaffenden und ehrenhaften Familienvaters treten zu lassen. Wenn jemand, der schon ein Handwerk ausübt, sich für das Erlernen eines anderen entscheidet, so steht ihm dies unter den vorhergehenden Bedingungen frei. Man lässt ihm die Wahl desjenigen unter beiden, welches ihm am meisten zusagt, es sei denn, dass die Stadt ihm ein anderes zum öffentlichen Nutzen zuweise. Die vornehmste und fast ausschließliche Funktion der Syphogranten besteht darin, Acht darauf zu geben, dass niemand sich dem Müßiggang und der Trägheit hingibt, sowie dass jeder unermüdlich seine Beschäftigung treibt. Man darf aber deshalb nicht glauben, dass die Utopia gleich Lastien sich von frühmorgens bis spät in die Nacht vor die Arbeit spannten. Ein solches für Geist und Körper gleichermaßen nachteiliges Leben wäre Ärger als Tortur und Sklaverei. Und gleichwohl ist dies überall anderswo das traurige Los des Arbeiters. Die Utopia teilen die Zeit eines Tages und einer Nacht in vierundzwanzig gleiche Stunden. Sechs Stunden werden für materielle Arbeiten in Anspruch genommen. Dabei herrscht folgendes Verhältnis. Drei Arbeitsstunden am Vormittag, danach wird gespeist. Am Nachmittag zwei Ruhestunden, drei Arbeitsstunden und darauf folgt das Super. Sie zählen ein Uhr, wenn wir Mittag haben. Um neun Uhr legen sie sich zur Ruhe und widmen dem Schlaf neun Stunden. Die Zeit zwischen der Arbeit, den Mahlzeiten und dem Schlaf darf jeder nach seinem Gefallen verwenden. Weit davon entfernt, diese Mußestunden dadurch zu missbrauchen, dass sie Torheiten oder dem Müßiggang frönen, suchen sie vielmehr ihre Erholung, nur in der Abwechslung ihrer Beschäftigungen und Arbeiten. Sie können dies dank der folgenden, wahrhaft bewundernswerten Einrichtung mit Erfolg. An jedem Morgen vor Sonnenaufgang werden öffentliche Säle geöffnet. Nur diejenigen, welche sich ausschließlich den Wissenschaften gewidmet haben, sind zum Besuch dieser Säle verpflichtet. Aber alle haben das Recht, sich dort einzufinden. Männer und Frauen mögen ihre Beschäftigungen auch sein, welche sie wollen. Das Volk besucht sie in Masse und jeder benutzt denjenigen Zweig des Unterrichts, der seinem Erwerbszweig und Geschmack am meisten zusagt. Einige gehen während der Mußestunden vorzugsweise der Übung ihres Handwerks nach. Es sind dies diejenigen, deren Geist sich nicht gern zum abstrakten Denken erhebt. Weit davon entfernt, sie daran zu hindern, zollt man ihnen vielmehr Beifall, dass sie sich so beharrlich ihren Mitbürgern nützlich machen. Abends nach der Mahlzeit verbringen die Utopia eine Stunde in Zerstreuungen. Summers in den Gärten, winters in den gemeinschaftlichen Speisesälen. Sie musizieren oder pflegen Unterhaltung. Sie kennen weder Würfel noch Karten noch irgendein anderes von jenen Hazardspielen, die ebenso abgeschmackt wie gefährlich sind. Indessen üben sie zwei Arten von Spiel, die in mancherlei Beziehungen unserem Schach ähnlich sind. Das eine Spiel heißt »Die arathmetische Schlacht«, worin das Heer vom Heere geschlagen wird. Das andere Spiel ist »Der Kampf der Laster und Tugenden«. Dies letztere legt die Anarchie der Laster unter sich offenkundig vor Augen, den Hass, der sie spaltet, und bei alledem die vollkommene Eintracht, wenn es sich um einen Angriff gegen Tugenden handelt. Es zeigt ferner, welches die den einzelnen Tugenden gegenüberstehenden Laster sind, wie diese durch Gewalt und öffentlich oder durch List und auf Schleichwegen den ersteren Beizukommen suchen, wie die Tugend die Angriffe des Lasters zurückschlägt, es zu Boden wirft und seine Anstrengungen fruchtlos macht. Wie endlich der Sieg sich für die eine oder die andere Partei entscheidet. Ich bin hier eines Vorwurfs ernster Art gewärtig und beeile mich, demselben zuvorzukommen. Man wird vielleicht sagen, sechs Arbeitsstunden täglich genügen nicht für die Befriedigung des öffentlichen Bedarfs. Utopia muss ein sehr unglückliches Land sein. Es muss doch wohl das Gegenteil stattfinden. Die sechs Arbeitsstunden liefern im Überfluss alles Nötige und alle Annehmlichkeiten des Lebens, außerdem einen Überfluss an Lebensmitteln weit über den Bedarf. Sie werden dies leicht begreifen, wenn Sie nur die große Anzahl von müßigen Menschen bei anderen Nationen bedenken wollen. Zuerst fast alle Frauen, welche die Hälfte der Bevölkerung bilden, und die meisten Männer da, wo die Frauen arbeiten. Dann jene ungeheure Masse von Priestern und religiösen Tagedieben. Zählen Sie zu diesen allen die reichen Grundbesitzer, die man gemeinhin Adlige nennt. Zählen Sie noch deren Dienerscharen ebenso viele Taugenichtse im Livre, hinzu so wie jene Sintflut von kräftigen und vollkommenen gesunden Bettlern, die ihre Faulheit unter falschen Gebrechen verstecken. Als Resultat wird sich Ihnen ergeben, dass die Zahl derjenigen, die durch ihre Arbeit für die Bedürfnisse des menschlichen Geschlechts vorsorgen, weit geringer erscheint, als Sie sich's vorstellen. Erwergen Sie ferner, wie wenige von denjenigen, welche arbeiten, sich mit wirklich notwendigen Dingen beschäftigen. Denn in diesem Jahrhundert des Geldes, wo das Letztere eine Gottheit und das universelle Maß ist, mit einer Menge von eitlen und frewohlen Künsten lediglich im Dienst des Luxus und der Liederlichkeit geübt. Wäre aber die ganze Masse der Arbeiter mit den verschiedenen nützlichen Handwerken in der Weise beschäftigt, dass sie selbst im Überfluss alles lieferten, was der Bedarf nötig macht, so würde der Preis für Handarbeiten in dem Grad sinken, dass der Arbeiter von seinem Lohn nicht mehr leben könnte. Angenommen also, dass man zu nützlichen Arbeiten sowohl diejenigen veranlasste, die nur Gegenstände des Luxus anfertigten, als auch diejenigen, die gar nichts herstellten, während jeder von diesen die Arbeit und den Lohn von zwei wirklichen Arbeitern verbraucht. So würden Sie leicht einsehen, dass diese Menschen mehr Zeit haben, als nötig wäre, um für die Bedürfnisse, die Bequemlichkeiten und selbst die Vergnügungen des Lebens zu sorgen. Unter solchen Vergnügungen verstehe ich diejenigen, die sich auf Natur und Wahrheit gründen. Das nun, was ich hier bloß voraussetze, ist in Utopia durch Tatsachen bewährt. Dort gibt es in der ganzen Ausdehnung einer Stadt und ihres Grundgebiets kaum 500 Individuen, Männer und Frauen mit eingerechnet, welche die zum Arbeiten erforderlichen Jahre und Kräfte besitzen, die durch das Gesetz davon ausgenommen werden. Darunter sind auch die Syphogranten. Und dennoch arbeiten diese obrigkeitlichen Personen gleich anderen Bürgern, um sie durch ihr Beispiel aufzumuntern. Jenes Volk erstreckt sich ebenfalls auf solche Jünglinge, die das Volk auf Empfehlung des Priesters und nach den geheimen Abstimmungen der Syphogranten für Künste und Wissenschaften bestimmt. Sobald einer unter diesen Gewählten die öffentliche Hoffnung täuscht, wird in die Klasse der Arbeiter zurückversetzt. Wenn aber umgekehrt, und dieser Fall ist häufig, ein Arbeiter dahin gelangt, sich dadurch, dass er die Mußestunden intellektuellen Studien widmet, eine genügende Bildung zu verschaffen, so wird er von der mechanischen Arbeit freigesprochen und in die Gelehrtenklasse erhoben. Aus den Gelehrten wählt man die Gesandten, die Priester, die Traniboren und den Fürsten. Letzterer hieß vor Zeiten Barzahm. Gegenwärtig nennt man ihn Adem. Die übrige Bevölkerung übt in ununterbrochener Tätigkeit nur nützliche Handwerke und erzeugt in kurzer Zeit eine beträchtliche Masse von allerlei vortrefflich ausgeführten Arbeiten. Was ebenfalls zur Verminderung der Arbeit beiträgt, ist der Umstand, dass alles wohl angelegt und in Ordnung erhalten wird. Es gibt daher in Utopia bei weitem weniger zu tun als bei uns. Anderswo nimmt der Bau und die Instandhaltung der Gebäude beständige Arbeiten in Anspruch. Der Grund dafür ist einfach. Nachdem ein Vater mit großen Kosten gebaut hat, hinterlässt er sein Vermögen einem nachlässigen und verschwenderischen Sohn unter welchem sich allmählich alles verschlimmert, so dass der Erbe des Letzteren ohne ungeheuren Kostenaufwand keine Reparaturen unternehmen kann. Oft findet man sogar, dass ein ausstudierter Priester des Luxus sich der väterlichen Bauten schämt und mit noch größeren Kosten auf einem anderen Terrain neue Gebäude errichtet, während das Haus seines Vaters zur Ruine verfällt. In Utopia hat man alles so gründlich vorher erwogen und organisiert, dass man dort äußerst selten genötigt ist, auf einem neuen Terrain zu bauen. Eintretende Schäden bessert man augenblicklich wieder aus, drohenden kommt man sogar zuvor. Auf diese Weise lassen sich die Gebäude mit nur geringen Kosten und Arbeiten erhalten. Während der meisten Zeit bleiben die Arbeiter zu Hause, um die Materialien vorzubereiten, das Holz zu holen und den Stein zu behauen. Wird dann irgendwo zu einer Baustelle gerufen, so liegen die Materialien sämtlich bereit und das Werk ist im Handumdrehen beendet. Jetzt sollen sie erfahren, wie wenig die Utopia ihre Kleidung kostet. Zur Arbeit kleiden sie sich in Leder oder Felle. Ein solches Kleid kann sieben Jahre lang halten. Treten sie öffentlich auf, so legen sie eine Art Mantel oder einen Oberrock an, der das grobe Arbeitskleid verbirgt. Die Farbe dieses Oberkleides ist natürlich und für alle Einwohner dieselbe. Sie verbrauchen daher weit weniger Tuch, als überall anderswo verbraucht wird, und dieses Tuch ist auch noch billiger als anderswo. Leinwand wird, da sie nur wenig Arbeit erfordert, viel verwendet. Sie schätzen den Preis der Leinwand nur durch deren Weiße und denjenigen des Tuchs, nur durch dessen Ebenheit und Sauberkeit, ohne auf Feinheit oder Dünne des Gewebes zu achten. In In der Regel genügt ihnen ein einziges Kleid für zwei Jahre, während man anderswo vier oder fünf Kleidern von verschiedenen Farben und ebenso vieler Seidener bedarf. Die eigentlichen Eleganz müssen wenigstens zehn besitzen. Die Utopia haben durchaus keinen Grund, eine so bedeutende Garderobe zu führen. Diese würde weder mehr zu ihrer Bequemlichkeit beitragen, noch sie eleganter kleiden. So ist in Utopia alle Welt mit wirklich nutzbringenden Künsten und Handwerken beschäftigt. Die materielle Arbeit ist dort von kurzer Dauer und dennoch erzeugt sie Wohlstand und Überfluss. Nimmt dieser Überfluss an Erzeugnissen gar zu sehr Überhand, so werden die täglichen Arbeiten ausgesetzt und die Bevölkerung beschäftigt sich in Masse mit der Ausbesserung schadhafter Wege. In Ermangelung gewöhnlicher und außergewöhnlicher Beschäftigungen berechtigt ein Dekret zur Kürzung der Arbeitszeit. Denn die Regierung sucht die Bürger keines Weges durch unnütze Anstrengungen zu ermüden. Der Zweck der sozialen Einrichtungen in Utopia geht dahin, zuerst die Bedürfnisse des öffentlichen und des individuellen Verbrauchs zu befriedigen, dann aber jedem so viel wie möglich Zeit zu lassen, um sich der Knechtschaft des Leibes zu entledigen, seinen Geist frei auszubilden und seine intellektuellen Anlagen durch das Studium der Künste und Wissenschaften zu entwickeln. Nur in dieser vollständigen Entwicklung finden sie das wahre Glück. Der Umgang der Bürger miteinander Jetzt werde ich euch mit den Beziehungen der Bürger unter sich, ihrem Handel und dem Gesetz bekannt machen, wonach und in welcher Weise die zum Leben notwendigen Gegenstände verteilt werden. Die Stadt besteht aus Familien, von denen die meisten durch Bande der Verwandtschaft vereinigt sind. Sobald eine Jungfrau mannbar ist, gibt man ihr einen Gatten, mit welchem sie fortan zusammenwohnt. Die Männer, Söhne und Enkel bleiben in ihren Familien. Das älteste Glied einer Familie ist deren Oberhaupt und wenn die Jahre seine Geisteskraft geschwächt haben, wird er durch denjenigen ersetzt, der ihm im Alter am nächsten steht. Die nachfolgenden Bestimmungen erhalten das Gleichgewicht der Bevölkerung und verhindern, dass die selber an einigen Punkten zu schwach und dagegen an anderen zu stark wird. Jede Stadt muss 6000 Familien und jede davon darf nur zehn bis zwölf junge Leute von Mann barm Alter zählen. Die Zahl der Kinder ist nicht vorgeschrieben. Wenn eine Familie über die Zahl hinaus zunimmt, treten die überzähligen Mitglieder in minder zahlreiche Familien. Hat eine Stadt mehr Einwohner als darin wohnen können und dürfen, so füllen die überzähligen die Lücken weniger bevölkerter Städte aus. Wenn endlich die ganze Insel sich mit Einwohnern überladen fände, so würde eine allgemeine Auswanderung vorgeschrieben werden. Die Auswanderer würden auf dem nächsten Festland, wo die Eingeborenen mehr Boden innehaben, als sie bebauen können, eine Kolonie gründen. Die Kolonie wird nach utopischen Gesetzen regiert und ruft all jene zu sich, die ihre Arbeiten und ihre Lebensweise teilen wollen. Wenn die Kolonisten mit einem Volk zusammentreffen, das ihre Einrichtungen und Sitten annimmt, so bilden sie mit demselben ein und dieselbe soziale Gemeinde. Diese Vereinigung ist vorteilhaft für alle. Denn indem so alle nach utopischer Weise leben, bewirken sie, dass ein Land, welches sich früher undankbar und unergiebig für ein einziges Volk zeigte, ergiebig und fruchtbar wird, für zwei Völker zugleich. Wenn aber die Kolonisten einer Nation begegnen, welche die Gesetze Utopias zurückweist, so vertreiben sie diese Nation so weit aus dem Land, wie sie dasselbe bebauen wollen. Erforderlichenfalls machen sie Gebrauch von den Waffen. Ihren Grundsätzen zufolge ist der gerechteste und begründetste Krieg derjenige gegen ein Volk, das große Flächen unbebauten Landes besitzt und dieselben wie um nichts und wieder nichts hütet, besonders wenn dieses Volk den Besitz und die Benutzung desselben Seuchen versagt, die dort nach dem unverjährbaren Recht der Natur arbeiten und sich ernähren wollen. Sollte einmal die Bevölkerung einer Stadt in dem Grad sinken, und dieser Fall ist infolge schrecklicher Pest Pest Haupt in den entsprechenden Magazinen aufbewahrt. Jeder Familienvater sucht auf dem Markt, was er für sich und die Seinigen nötig hat. Was er verlangt, erhält er, ohne dass man dafür Geld oder andere Entschädigung forderte. Den Familienvätern wird niemals etwas verweigert. Da man alles in außerordentlichem Überfluss besitzt, fürchtet man nicht, dass jemand über seinen Bedarf hinaus etwas verlangen könnte. In der Tat, warum sollte jemand, der gewiss ist, niemals an irgendetwas Mangel zu leiden, mehr zu besitzen, wünschen, als er eben benötigt? Die Ursache der Unersättlichkeit und Raublust bei den lebenden Wesen im Allgemeinen ist die Furcht vor zukünftigen Beraubungen. Bei dem Menschen im Besonderen hat die Habsucht noch einen anderen Grund. Den Stolz, der ihn reizt, seinesgleichen an Reichtum zu übertreffen und sie durch das Anhäufen eines glänzenden Überflusses zu blenden. Aber die utopischen Institutionen machen dieses Unwesen unmöglich. Mit den Märkten, von denen ich soeben berichtete, sind andere für Esswaren verbunden. Auf diese bringt man Gemüse, Früchte, Brot, Fisch, Geflügel und das Essbare von vierfüßigen Tieren. Außerhalb der Stadt findet man Schlachthäuser, wo die für die Küche bestimmten Tiere geschlachtet werden. Diese Schlachthäuser werden mittels kleiner Kanäle, die das Blut und den Schmutz abführen, sehr reinlich gehalten. Von dort bringt man das Fleisch auf den Markt, nachdem es durch Sklavenhände gesäubert und in Stücke zerteilt ist. Denn den Bürgern verbietet das Gesetz das Metzgerhandwerk aus Furcht, dass die Gewohnheit des Abschlachtens, das Mitleid, diese edelste Regung des menschlichen Herzens, allmählich in ihnen absterben lassen könnte. Dass aber die Schlachthäuser sich außerhalb der Städte befinden, hat noch einen anderen Zweck. Man will den Bürgern einen widerwärtigen Anblick ersparen und die Stadt von dem Abfall Schmutz und tierischen Stoffen freihalten, deren Verwesung Krankheiten erzeugen könnte. An jeder Straße befinden sich in gleichen Entfernungen geräumige Hotels, die sich durch besondere Namen voneinander unterscheiden. Dort wohnen die Sufogranten. Ihre dreißig Familien wohnen zu beiden Seiten, 15 rechts und 15 links. Im Hotel des jeweiligen Sufogranten halten sie gemeinschaftlich ihre Mahlzeiten. Die Einkäufer versammeln sich zu einer bestimmten Stunde auf dem Markt und fordern dort eine Menge an Lebensmittel, die der Zahl der zu Speisenden entspricht. Den Anfang macht man stets mit der Speisung der Kranken, die in öffentlichen Hospitälern gepflegt werden. Diese Hospizäler, der Zahl nach vier, liegen im Umkreis der Stadt in einiger Entfernung von deren Mauern. Sie sind so weitläufig, dass man sie leicht für Marktflecken halten könnte. Man vermeidet dadurch die Anhäufung und das gar zu nahe Zusammenleben der Kranken, wodurch ihre Genesung verzögert würde. Überdies kann man einen Menschen, der an einer ansteckenden Krankheit leidet, völlig isolieren. Diese Hospizäler erhalten im Überfluss alle Heilmittel und alles, was zur Wiederherstellung der Gesundheit erforderlich ist. Die Kranken werden dort mit der liebreichsten und unermüdlichsten Sorgfalt gepflegt, und zwar unter der Leitung sehr geschickter Ärzte. Niemand ist gezwungen, sich dort behandeln zu lassen, aber es gibt gewiss niemanden, der im Krankheitsfall nicht die Behandlung im Hospital derjenigen zu Hause vorzüge. Wenn die Einkäufer der Hospitäler dasjenige, was sie den ärztlichen Vorschriften zufolge verlangten, empfangen haben, wird das Beste, was es auf dem Markt gibt, ohne Unterschied auf alle Speisesäle nach dem Verhältnis der Gäste verteilt. Man serviert zu gleicher Zeit dem Fürsten, dem Oberpriester, den und, wenn es welche gibt, was jedoch sehr selten ist, den Fremden. Die Letzteren finden bei ihrer Ankunft in einer Stadt eigens für sie bestimmte Wohnungen, die mit allem versehen sind, dessen sie bedürfen könnten. Die Trompete verkündet die Stunde der Mahlzeit. Die ganze Syphograntie, mit Ausnahme derjenigen, die zu Hause oder im Hospital krank da niederliegen, begibt sich dann zum Hotel, um dort gemeinschaftlich zum Mittag oder zu Abend zu speisen. Es ist erlaubt, die Lebensmittel für den besonderen Bedarf, nachdem die öffentlichen Tische völlig versorgt sind, auf dem Markt einzukaufen. Aber ohne gewichtige Gründe machen die Utopia von diesem Recht niemals Gebrauch. Da es niemandem verwehrt ist, zu Hause zu speisen, so findet niemand Vergnügen daran, es zu tun. Denn es wäre Torheit, mühsam, ein schlechtes Diener zubereiten zu wollen, wenn man ein solches wenig Schritte entfernt, weit besser und billiger haben kann. Mit den schmutzigsten und beschwerlichsten Küchenarbeiten sind die Sklaven beauftragt. Die Frauen kochen die Speisen, würzen die Gerichte, decken die Tafel und tragen wieder ab. Sie werden in diesem Geschäft familienweise abgelöst. Man richtet drei oder mehr Tische an, je nach der Zahl der Gäste. Die Männer sitzen an der Wandseite, die Frauen gegenüber, damit diese wenn ihnen eine plötzliche Unpässlichkeit zustoßen sollte, was schwangeren Frauen mitunter begegnet, ohne jemanden zu stören, hinausgehen und sich in das Ammenzimmer zurückziehen können. Jede Mutter säugt ihr Kind. Nur Tod oder Krankheit können sie daran hindern. In diesen beiden Fällen suchen die Frauen der Syphogranten in aller Eile eine Amme, die sie leicht finden. Die zu dieser Dienstleistung fähigen Frauen bieten sich freiwillig und gern dazu an. Außerdem ist diese Funktion eine der geehrtesten Bruder. Im Ammensaal sind somit die Kinder unter fünf Jahren. Jünglinge und Jungfrauen versehen den Dienst bei der Tafel. Die jenigen Knaben und Mädchen, welchen es noch an den zu diesen diensterforderlichen Kräften fehlt, bleiben schweigend stehen. Sie essen, was ihnen von den Sitzenden gereicht wird und speisen nie außer den Mahlzeiten. Der Syphogrant und seine Gattin haben ihren Platz Tisch nimmt das obere Ende des Saals ein und von hier aus übersieht man mit einem Blick die ganze Gesellschaft. Zwei Kreise aus der Zahl der Ältesten und Ehrwürdigsten sitzen bei den Syphogranten und ebenso speisen alle übrigen Gäste zu vieren. Befindet sich in der Syphograntie eine Kirche, so ersetzen der Priester und seine Gattin jene beiden Kreise und haben bei der Mahlzeit den Vorsitz. An den beiden Seiten des Saales sitzen in Reihen wechselweise zwei junge Leute und zwei Ältere. Diese Einrichtung bringt die Individuen von gleichen Jahren zusammen und vermengt zugleich alle Alter. Außerdem erfüllt sie einen moralischen Zweck. Da nichts geschehen oder gesprochen werden kann, das nicht von den Nachbarn bemerkt würde, so hält der Ernst des Kreisen Alters und die Achtung, welche dasselbe und hindert sie daran, sich in Worten und Manieren mehr zu erlauben als sich geziemt. Am Tisch des Syphugranten wird zuerst serviert, so dann kommen die übrigen nach ihrer Stellung an die Reihe. Die besten Bissen werden den Familien Ältesten vorgesetzt, welche feste und vorzugsweise bemerkbare Plätze einnehmen. Alle übrigen werden mit vollkommener Gleichheit bedient, jene braven Kreise können von ihren Portionen nicht aller Welt reichen, aber sie teilen dieselben nach ihrem Gutdünken mit ihren nächsten Nachbarn. Soher zeigt man dem Alter die ihm gebührende Ehre und diese Huldigung gereicht zu aller Wohl. Die Diners und Suppers beginnen mit der Lektüre eines moralischen Buches. Damit sie aber nicht langweilen möge, fällt diese Lektüre kurz aus. Ist sie beendet, so knüpfen die bejahtesten vernünftige Gespräche an, denen es jedoch nicht an der Würze der Heiterkeit fehlt. Weit entfernt davon, sich selbst ausschließlich und beständig das Wort vorzubehalten, hören sie im Gegenteil gern den jungen Leuten zu. Ja, sie veranlassen dieselben sogar zu unbefangenen, munteren Äußerungen, um dadurch auf die Art ihres Charakters und Geistes zu schließen, die sich leicht in dem Eifer und der bei einem Male herrschenden Ungebundenheit verrät. Das Diné ist kurz, das Super lang, weil nach dem Ersteren gearbeitet wird, während man nach dem Super den Schlaf und die nächtliche Ruhe pflegt. Die Utopia sind der Ansicht, dass der Schlaf vorteilhafter als die Arbeit auf die Verdauung einwirke. Bei einem Super fehlt niemals Musik und ein reichhaltiges und leckeres Dessert. Weder Parfüms noch die wohlriechendsten Essenzen, nichts ist gespart, um die Behaglichkeit und den Genuss der Gäste zu erhöhen. Man wird vielleicht die Utopia deshalb eines übermäßigen Hangs zum Vergnügen anklagen. Sie haben zum Grundsatz, dass ein Vergnügen, sobald es nichts Böses erzeugt, vollkommen erlaubt sei. In dieser Weise leben die utopischen Städter unter sich. Die auf dem Feld Beschäftigten sind zu weit voneinander entfernt, als dass sie gemeinschaftlich speisen könnten. Sie halten ihre Mahlzeiten jeder für sich zu Hause. Übrigens ist den ackerbauenden Familien eine reichliche und mannigfaltige Nahrung gesichert. Es fehlt ihnen an nichts. Sind sie nicht die Versorgerinnen und gleichsam die Säugammen der Städte? Von den Reisen der Utopia. Wünscht ein Bürger einen Freund zu besuchen, der in einer anderen Stadt wohnt? Oder will er eine einfache Lustreise machen? So geben die Syphogranten und Tranniboren ihm gern dazu ihre Einwilligung, solange kein erheblicher Hinderungsgrund vorliegt. Die Reisenden vereinigen sich, um zusammen zu reisen. Sie sind mit einem Pass vom Fürsten versehen, der die Erlaubnis zur Reise bescheinigt und den Tag der Rückkehr festsetzt. Man liefert ihnen einen Wagen und einen Sklaven, der das Gespann besorgen und führen muss. Wenn aber die Reisenden keine Frauen mitnehmen, so weisen sie in der Regel den Wagen als etwas, das ihnen nur hinderlich wäre, zurück. An Nahrungsmitteln nehmen sie nichts mit auf den Weg. Es kann ihnen ja nichts gebrechen, da sie überall wie zu Hause sind. Wenn ein Reisender länger als einen Tag an einem Ort verweilt, arbeitet er da selbst in seinem Metier und erfährt die verbindlichste Aufnahme von seinen Handwerksgenossen. Wer, ohne deshalb um die erforderliche Erlaubnis nachgesucht zu haben, die Grenzen seiner Provinz überschreitet, wird als Verbrecher behandelt. Ohne den Pass vom Fürsten ergriffen, wird er gleich einem Ausreißer zurückgeführt und streng bestraft. Im Wiederholungsfall verliert er die Freiheit. Bekommt ein Bürger Lust, einen Ausflug aufs Land innerhalb des Grundgebietes seiner Stadt zu machen, so kann er dies mit Zustimmung seiner Gattin und seines Familienvaters tun. Aber er muss seine Nahrung dadurch vergüten, dass er vor dem Diner und dem Souper ebenso viel arbeitet, als man es in den Orten tut, wo er sich aufhält. Unter dieser Bedingung hat jeder Einzelne das Recht, sich aus der Stadt zu entfernen und das Grundgebiet zu durchwandern, weil es sich außerhalb ebenso nützlich macht wie innerhalb. Sie sehen daher, dass Müßiggang und Trägheit in Utopia unmöglich sind. Man findet dort weder Schenken noch Häuser der Unzucht, weder Gelegenheiten zum liederlichen Leben, noch Diebeshöhlen, noch geheime Versammlungen. Jeder befindet sich, da er unaufhörlich den Blicken aller ausgesetzt ist, in der glücklichen Notwendigkeit nach den Gesetzen und Bräuchen des Landes zu arbeiten und sich auszuruhen. Überfluss an allem ist die Frucht dieses reinen und tätigen Lebens. Der Wohlstand verbreitet sich in gleicher Weise über alle Glieder dieser bewundernswerten Gesellschaft. Armut und Elend sind dort unbekannt. Ich habe schon erwähnt, dass jede Stadt Utopias drei Abgeordnete in den Senat zu Amaurote absendet. Die ersten Sitzungen des Senats sind dazu bestimmt, die ökonomische Statistik der verschiedenen Teile der Insel festzustellen. Sobald man ermittelt hat, an welchen Punkten sich ein zu viel und an welchen Punkten sich ein nicht genug ergibt, wird das Gleichgewicht dadurch wiederhergestellt, dass man die leeren Räume der unglücklichen Städte mit dem zu entbehrenden Überfluss mehr schied unentgeltlich. Die Stadt, welche gibt, wird von derjenigen, welche die Schuldnerin der Ersteren wird, in nichts entschädigt. Und umgekehrt empfängt sie auch wieder unentgeltlich von einer anderen Stadt, der sie nichts gegeben hat. So bildet der ganze utopische Staat gleichsam eine große, einheitliche Familie. Wegen der Ungewissheit einer guten oder schlechten Ernte für das folgende Jahr ist die Insel beständig auf zwei Jahre mit Vorräten versehen. Das Überflüssige führt man ins Ausland. Dazu gehören Korn, Bonik, Wolle, Flax, Holz, Farbwaren, Felle, Wachs, Seife und Vieh. Der siebente Teil dieser Ware wird unter den Armen des Landes verteilt, in welches man jene ausführt. Das Übrige wird zu mäßigen Preisen verkauft. Durch diesen Handel gewinnt Utopia nicht allein Gegenstände des Bedürfnisses, wie zum Beispiel Eisen, sondern auch eine beträchtliche Masse von Gold und Silber. Seit der Zeit, als die Utopia solcher Handelsverkehr begannen, haben sie eine unglaubliche Quantität von Reichtümern zusammengehäuft. Aus diesem Grund ist es ihnen heutzutage gleichgültig, ob sie gegen Barzahlung oder auf Raten verkaufen. In der Regel nehmen sie Scheine als Bezahlung an, aber die Unterschriften einzelner Privatpersonen lassen sie sich nicht genügen. Die Scheine müssen in gesetzlicher Form ausgestellt werden und durch die Bürgschaft und das Siegel der Stadt, welche sie annimmt, garantiert sein. Am Verfallstag fordert die Stadt, welche die Bürgschaft geleistet hat, die jeweiligen Schuldner zur Zahlung auf. Das Geld wird in den öffentlichen Schatz niedergelegt und der Wert desselben so hoch festgesetzt, wie die utopischen Gläubiger es veranlassen. Die Letzteren fordern fast niemals die Tilgung der ganzen Schuld. Sie würden eine Ungerechtigkeit zu begehren glauben, wollten sie einem anderen etwas nehmen, das er nötig hat und sie entbehren können. Zu Weilen treten jedoch Fälle ein, wo sie ihre völlige Befriedigung beanspruchen. Dies geschieht, wenn sie sich ihres Geldes bedienen wollen, um einer benachbarten Nation etwas vorzustrecken oder um einen Krieg zu unternehmen. Im letzteren Fall sammeln sie all ihre Reichtümer, um sich daraus gleichsam eine Schanze von Metall gegen dringende und unvorhergesehene Gefahren zu bilden. Diese Reichtümer sind bestimmt, um damit fremde Truppen abzuwerben und reichlich zu besolden. Denn die Regierung von Utopia will lieber Fremde als ihre Bürger dem Tod aussetzen. Sie wissen auch, dass sogar der erbittertste Feind sich mitunter verkauft, wenn nur der Kaufschilling seiner Habsucht entspricht. Sie weiß, dass das Geld im Allgemeinen die Seele des Krieges ist, sei es nun, um Verrettereien zu erkaufen oder sei es um offen zu kämpfen. Zu diesen Zwecken haben die Utopia beständig unermessliche Schätze zu ihrer Verfügung. Aber anstatt sie mit einer Art religiösen Verehrungen zu schonen, wie andere Völker es tun, verwenden sie dieselben zu Zwecken, die ich ihnen kaum mitzuteilen wage. Ich fürchte sehr, bei ihnen keinen Glauben zu finden. Denn ich gestehe ihnen offen, dass ich, wäre ich nicht Augenzeuge dieser Dinge gewesen, sie niemals aufs Wort geglaubt haben würde. Es ist dies ganz natürlich. Je mehr fremde Gebräuche den Unsrigen zu widerlaufen, desto weniger finden wir uns dazu aufgelegt, dieselben zu glauben. Nichtsdestotrotz wird der Kluge, der vernünftig urteilt und weiß, dass die Utopia in völligen Widerspruch zu anderen Völkern denken und handeln, nicht darüber erstaunt auf eine von der Unsrigen durchaus verschiedene Weise verwenden. In Utopia bedient man sich im wechselseitigen Verkehr niemals der Geldmünzen. Man spart dieselben für solche kritischen Ereignisse auf, deren Verwirklichung freilich nur sehr ungewiss, aber immer möglich ist. Gold und Silber haben in diesem Land nicht mehr Wert, als die Natur ihnen gegeben hat. Man schätzt dort diese beiden Metalle weit niedriger als das Eisen, welches dem Menschen ebenso unentbehrlich ist wie Wasser und Feuer. In der Tat besitzt weder das Gold noch das Silber irgendeinen Vorzug eine Fähigkeit für die Anwendung einer Eigentümlichkeit, der nicht vorhanden sein, ein natürlicher und wahrhafter Übelstand wäre. Nur die menschliche Torheit hat auf ihre Seltenheit einen so hohen Preis gesetzt. Die Natur, diese vortreffliche Mutter, hat sie als Unnütze und Eitle Erzeugnisse tief vergraben, während sie die Luft, das Wasser, die Erde und alles, was gut und wirklich nützlich ist, offen zu Tage hat treten lassen. Die Utopier schließen ihre Schätze nicht in Türme oder andere befestigte und unzugängliche Gebäude ein. Der gemeine Mann könnte dadurch in einfältiger Böswilligkeit auf den Verdacht geraten, als ob der Fürst und der Senat das Volk betrügen und durch die Plünderung des öffentlichen Vermögens sich bereichern wollten. Aus Gold und Silber fertigt man weder Gefäße noch künstlich gearbeitete Werkzeuge. Denn wenn man sie eines Tages schmelzen müsste, um im Fall eines Krieges die Armee zu bezahlen, würden diejenigen, welche diese Gegenstände der Kunst und des Luxus liebgewonnen und ihre Freude daran gefunden hätten, beim Verlust derselben einen bitteren Schmerz empfinden. Um diesen Übelständen vorzubeugen, sind die Utopia auf eine Verwendung gefallen, die völlig mit ihren übrigen Einrichtungen harmoniert, denjenigen unseres Kontinents aber, wo das Gold wie ein Gott verehrt und wie das höchste Gut gesucht wird, schnurstracks zuwiderläuft. Sie essen und trinken aus Irdenen oder Glas Schirren von gefälliger Form, aber sehr geringem Wert. Das Gold und Silber sind zu weit niedrigerem Gebrauch bestimmt, in den gemeinschaftlichen Hotels ebenso wie den Privathäusern. Man macht sogar Nachtgeschirre daraus. Auch schmiedet man daraus Ketten und Fesseln für die Sklaven und Schandmale für solche Verurteilte, welche entehrende Verbrechen begangen haben. Diese letzteren tragen goldene Ringe an den Fingern und in Eis und goldene Spangen am Kopf. So vereinigt sich alles, Gold und Silber in verächtlichem Ansehen zu erhalten. Andere Völker halten den Verlust des Vermögens für das größte aller Übel. Wenn man aber der utopischen Nation all ihre ungeheuren Reichtümer nähme, so würde niemand auch nur einen Zu verloren zu haben scheinen. Die Utopier sammeln am Ufer des Meeres Perlen in verschiedenen Felsendiamanten und kostbare Steine. Ohne diese seltenen Gegenstände sehr zu suchen, bearbeiten sie doch diejenigen gern, welche der Zufall ihnen in die Hände bringt, um ihre kleinen Kinder damit zu schmücken. Die Letzteren sind anfangs äußerst stolz darauf, diese Zierten zu tragen, aber in demselben Maße, wie sie heranwachsen, bemerken sie bald, dass diese Frivolitäten sich nur für die kleinsten Kinder eignen. Dann erwarten sie nicht, von den Eltern darauf aufmerksam gemacht zu werden, sie legen diesen Schmuck freiwillig und aus Eigenliebe ab. So vernachlässigen bei uns die Kinder, wenn sie heranwachsen, allmählich ihre Puppen und Spielzeuge. Diese Einrichtungen von denjenigen anderer Völker so sehr verschieden, prägen dem Herzen des Utopies Ansichten und Gefühle ein, die den unsrigen durchaus widersprechen. Bei Gelegenheit einer anemolianischen Gesellschaft wurde ich durch diesen Unterschied seltsam überrascht. Die Gesandten Anemoliens kamen nach Amaurote, während ich mich dort befand, und da sie Angelegenheiten von hoher Bedeutung verhandeln mussten, hatte der Senat sich in der Hauptstadt versammelt, wo er sie erwartete. Bis dahin hatten die Gesandten der benachbarten Nationen, die nach Utopia gekommen waren, sich dort in sehr einfachem und anspruchslosem Aufzug gezeigt, weil die utopischen Sitten ihnen völlig bekannt waren. Sie wussten, verschwenderischer Schmuck dort von keinem Wert, die Seide verachtet und das Gold zu ehrloser Bestimmung verdammt ist. Aber die Anemolia hatten, da die Insel ihnen entfernter lag, sehr wenig mit derselben in Beziehung gestanden. Als sie daher erfuhren, dass die Einwohner dort sich äußerst einfach und alle auf dieselbe Weise kleideten, schrieben sie diese ungemeine Einfachheit der Armut zu. So entschlossen sie sich denn mit mehr Eitelkeit als Klugheit dazu, in einem Gepränge aufzutreten, dessen selbst himmlische Gesandte sich nicht hätten schämen dürfen und die Augen jener armen Inselbewohner durch den Glanz unerhörter Pracht zu blenden. Die drei Minister, die in Anemolien hohe Herren waren, hielten daher ihren Einzug mit einem Gefolge von hundert Personen sämtlich Insider von den verschiedensten Farben gekleidet. Die Gesandten selbst hatten ein reiches und prachtvolles Kostüm. Sie trugen ein Kleid aus Gold durch wirktem Tuch, goldene Halsketten und Ohrringe, goldene Ringe an den Fingern und Tressen an den Hüten, die von Edelsteinen glänzten. Kurz, sie hatten sich mit allem bedeckt, was in Utopia die Strafe des Sklaven, das Schandmal der Ehrlosigkeit und das Spielzeug kleiner Kinder bildet. Die hochmütige Genugtuung der Kostus ihres Staates mit der einfachen und nachlässigen Tracht des in der Masse an ihrem Weg versammelten utopischen Volkes verglichen, gewährte einen lustigen Anblick. Andererseits war es nicht minder seltsam, an der Weise, wie das Volk sich benahm, abzulesen, wie sehr die Fremden sich in ihrer Erwartung getäuscht hatten und wie weit sie davon entfernt waren, diese Achtung und Ehrenbezeugungen, die sie sich versprochen, hervorzurufen. Eine kleine Zahl von Utopien abgerechnet, die bereits in ernsten Angelegenheiten im Ausland gewesen waren, betrachteten alle übrigen diesen prachtvollen Aufzug nur mit Achselzucken. Sie grüßten die niedrigsten Knechte desselben, weil sie diese für die Gesandten hielten und ließen die Gesandten vorüber, ohne ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als Knechten. Denn sie sahen ja dieselben mit goldenen Ketten beladen wie ihre Sklaven. Die Kinder, welche ihre Diamanten und Perlen abgelegt hatten und solche an den Hütten der Gesandten erblickten, stießen ihre Mütter an. Sieh doch diesen großen Schelm, sagten sie, der noch Juwelen trägt, als wenn er ganz klein wäre. Und die Mütter erwiderten sehr ernst, schweig mein Sohn, er ist, denke ich, einer von den Spaßmachern der Gesandschaft. Einige beurteilten allzu schwach, man könnte sie leicht zerbrechen, überdies sind sie nicht straff genug angezogen, der Sklave könnte sich, wenn er wollte, ihre entledigen und davonlaufen. Zwei Tage nach ihrem Einzug in Amaurote erfuhren die Gesandten, dass die Utopia das Gold ebenso sehr verachteten, wie man es in ihrem Land schätzte. Sie hatten Gelegenheit, an dem Körper eines Sklaven mehr Gold und Silber zu bemerken, als ihr ganzes Gefolge trug. Beschämt durch die Mystifikation, deren Ziel sie gewesen, entkleideten sie sich schleunigst der Pracht, die sie so hochmütig entfaltet hatten. Die geheimsten Beziehungen, welche sie in Utopia anknüpften, lehrten sie in der Folge die Grundsätze und Sitten der Einwohner kennen. Es befremdet die Utopia ungemein, dass vernünftige Wesen sich an dem ungewissen und zweifelhaften Schein einer Perle oder eines Steins ergötzen können, während sie und die Sonne werfen dürften. Sie halten denjenigen für blödsinnig, der sich deshalb edler und schätzenswerter düngt, weil er mit einer feineren Wolle bedeckt ist, da doch diese Wolle vom Rücken eines Schafes geschnitten ist und von diesem Tier zuerst getragen wurde. Es befremdet sie, dass das Gold seiner Natur nach unnütz einen so beträchtlichen künstlichen Wert erhalten hat, dass man es sogar mehr hat und es nach seiner Laune zu seinem Gebrauch verwendet. Ebenso sehr befremdet es sie, dass ein Reicher ohne alle Kenntnisse dumm wie ein Klotz und ebenso stumpf wie unmoralisch eine Menge von vernünftigen und tugendhaften Menschen in seiner Abhängigkeit halten kann, weil das Glück ihm einige Haufen Thaler zugeteilt hat. Aber das Glück, sagen sie, kann ihn verraten und das Gesetz, welches ebenso wie das Glück oft vom Gipfel in den Staub stürzt, kann ihm sein Geld entreißen und ihn unter die Hände des Verächtlichsten seiner Knechte geraten lassen. Dann wird dieser nämliche Reiche sich sehr glücklich schätzen in Gesellschaft mit seinem Geld und wie eine Marktware zum Dienst seines früheren Knechts zu gelangen. Es gibt noch eine andere Torheit, welche die Utopier noch steht darin, einem Menschen fast göttliche Ehren zu erweisen, weil er reich ist, abgleich man weder der Schuldner des Letzteren ist, noch Vorbildlichkeiten gegen denselben hat. Gleichwohl wissen die Tore recht wohl, von welcher Art der hässliche Geiz jener selbstsüchtigen Krösusse ist. Sie wissen recht gut, dass sie von allen Schätzen derselben niemals auch nur einen Zu erhalten werden. Solche Ansichten schöpfen unsere Insulaner teils aus dem Studium der Wissenschaften, teils aus der Erziehung, die sie inmitten eines Staates erhalten, dessen Einrichtungen mit all unseren Arten von Torheiten im Widerspruch stehen. Es ist wahr, dass einige wenige von den materiellen Arbeiten befreit sind und sich ausschließlich der Ausbildung des Geistes widmen. Dies sind, wie ich schon gesagt habe, diejenigen, welche seit ihrer Kindheit glückliche Anlagen einen durchdringenden Verstand einen wissenschaftlichen Beruf zeigten. Man versäumt aber dessen ungeachtet nicht, allen Kindern eine liberale Erziehung zu geben. Und die große Masse der Bürger, Männer und Frauen widmen täglich ihre freien und müßigen Augenblicke geistigen Arbeiten. Die Utopia erlernen die Wissenschaften in ihrer eigenen Sprache. Diese Sprache ist reich, harmonisch, eine treue Dolmetscherin des Gedankens. Mit kleineren oder größeren Veränderungen ist sie über einen bedeutenden Teil der Erdkugel verbreitet. Niemals hatten die Utopia vor unserer Ankunft von den so berühmten Philosophen in unserer Welt sprechen hören. Inzwischen haben sie die gleichen Erfindungen gemacht wie wir in der Musik, Dialektik, Arithmetik und Geometrie. Wenn sie fast in allem unseren Vorfahren gleich kommen, so stehen sie dagegen den modernen Dialektikern weit nach. Denn sie haben noch keine von jenen feinen Regeln der Kürze, der Weitschweifigkeit, der Erdrichtung erfunden, in welchen man die Jugend in den Hörsälen der Logik unterrichtet. Sie haben die sekundären Gedanken Gedanken nicht nicht ergründet und was den Menschen im Allgemeinen oder nach der Ausdrucksweise der Metaphysik den Universalmenschen betrifft, so hat diesen kolossalsten aller Riesen, den man uns hier sehen lässt, in Utopia noch niemand bemerken können. Zum Ersatz dafür kennen sie äußerst genau den Lauf der Gestirne und die Bewegung der Himmelskörper. Sie haben Maschinen erfunden, welche mit großer Ausführlichkeit die Bewegungen und gegenseitigen Stellungen der Sonne, des Mondes und der an ihrem Horizont sichtbaren Sterne darstellen. Was den Hass und die Freundschaft der Planeten und alle Betrugsarten der Divinationen aus dem Sternenhimmel betrifft, so denken sie daran nicht im Traum. Aus Anzeichen wissen sie, auf eine lange Erfahrung gestützt, den Regen, den Wind und die übrigen Abwechslungen des Wetters vorherzusagen. Sie stellen keine anderen Vermutungen auf, als über die Ursachen der Naturerscheinungen, über Ebbe und Flut, über die Salzung des Meeres, über den Ursprung und die Natur des Himmels und der Erde. Ihre Systeme berühren in gewissen Punkten diejenigen unserer alten Philosophen, an anderen entfernen sie sich von diesen. Aber in den neuen Theorien, die sie aufgestellt haben, gibt sie dieselben Fragen wie unsere Philosophen. Sie suchen in der Seele des Menschen, in seinem Körper und der Außenwelt, was zu seiner Glückseligkeit beitragen könnte. Sie fragen sich, ob das Prädikat gut, ohne Unterschied allen Elementen des materiellen und intellektuellen Glücks oder ausschließlich der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten zustehe. Sie stellen Untersuchungen an über Tugend und Vergnügen, aber die erste und vornehmste ihrer Untersuchungen betrifft die Ermittlung der einzelnen Bedingungen oder der verschiedenen Bedingungen des menschlichen Glückes. Man wird sie vielleicht einer zu großen Hinneigung zum Epikureismus anklagen, denn wenn die Ergötzung nach ihren Ansichten nicht das einzige Element des Glücks ist, so bildet sie doch eins der Wesentlichen. Und seltsamerweise stützen sie diese vergnügungssüchtige Moral auf die so ernste und so strenge Religion. Es ist ihr Grundsatz, sich niemals auf Untersuchungen über Gut und Böse einzulassen, ohne von Aktionen der Religion und Philosophie auszugehen. Sie würden sonst ihre Ressentiments für unvollständig halten und auf falsche Theorien zu bauen glauben. Folgendes ist ihr religiöser Katechismus. Die Seele ist unsterblich. Gott, welcher gut ist, hat sie geschaffen, um glücklich zu sein. Auf die Tugend warten nach dem Tod Belohnungen. Strafen foltern das Verbrechen. Obgleich diese Dogmen der Religion angehören, meinen die Utopia, dass diese Vernunft genüge, um sie zu glauben und zu billigen. Sie bedenken nicht zu erklären, dass man ohne diese Grundsätze nicht bei Verstand sein müsste, wollte man das Vergnügen, sich nicht durch alle möglichen Mittel zu verschaffen suchen, seien dieselben nun verbrecherisch oder erlaubt. Die Tugend würde darin bestehen, unter zwei Vergnügungen das angenehmste, das bekannteste zu wählen und dagegen diejenigen zu fliehen, deren Nachwehen größer sind als der Genuss, den sie verschafft haben würden. Aber strenge und schwere Tugenden zu üben, auf die Annehmlichkeiten des Lebens zu verzichten, sich freiwillig dem Schmerz zu unterziehen und nach dem Tod nicht die geringste Belohnung für die irdischen Leiden zu erhoffen, das ist in den Augen unserer Insulaner der Gipfel aller Torheit. Das Glück, sagen sie, ist nicht in jeder Art von Vergnügen enthalten. Nur die Guten und Wohlanständigen gewähren dasselbe. Und diese Vergnügen sind es, zu welchen alles, selbst die Tugend unserer Natur unwiderstehlich hinzieht. Sie sind es, welche das wahre Glück begründen. Die Tugend erklären sie durch ein der Natur gemäßes Leben. Als Gott den Menschen schuf, gab er ihm keine andere Bestimmung. Der Mensch, welcher dem Antrieb der Natur folgt, gehorcht in seinen Abneigungen und Gelüsten, nur der Stimme der Vernunft. Die Vernunft aber haucht allen Sterblichen zuerst die Liebe und die Verehrung der göttlichen Majestät ein, welcher wir das Sein und Wohlsein verdanken. Zweitens lehrt und veranlasst sie uns, fröhlich und harmlos zu leben und unserem Nächsten, der unser Bruder ist, dieselben Vorteile zu verschaffen. Und in der Tat, wenn der finsterste und fanatischste Eiferer der Tugend, der entschiedenste Feind des Vergnügens, ihnen empfiehlt, seine Arbeiten, seine Nachtwachen, seine Kasteiungen nachzuahmen, so empfiehlt er auch ihnen nichts anderes, als nach allen Kräften das Elend und die kleinen Leiden ihres Nächsten zu mildern. Ein solcher strenger Moralist überhäuft im Namen der Menschlichkeit denjenigen, der seinen Nächsten tröstet und ihm hilft mit Lobpreisungen. Er glaubt also, dass die edelste und gewissermaßen die menschlichste Tugend darin besteht, die Leiden des Nächsten zu lindern, in der Verzweiflung und dem Kummer zu entreißen, ihm die Freuden des Lebens zu verschaffen oder, mit anderen Worten, in der Freude teilhaftig werden zu lassen. Und warum sollte die Natur nicht jeden von uns bestimmen, sich selbst das gleiche Gut wie anderen zu verschaffen? Denn von zwei Sätzen gilt der eine. Eine angenehme Existenz, das heißt ein Freudenleben, ist entweder etwas Gutes oder sie ist etwas Böses. Ist sie etwas Böses, so darf man nicht allein seinen Mitbrüdern nicht behilflich sein, dieselbe zu genießen, sondern man muss sie derer sogar als einer gefährlichen und verbrecherischen Sache berauben. Ist sie etwas Gutes, so darf und soll man sich wie anderen dieselbe verschaffen. Warum sollten wir nun uns weniger günstig gesinnt sein als anderen? Die Natur, welche uns Teilnahme für unsere Brüder einhaucht, befiehlt uns nicht, grausam und ohne Mitleid gegen uns selbst zu sein. Das ist es, was die Utopia in ihrer Meinung bestärkt, dass ein untadelhaft angenehmes Leben, das heißt die Freude der Zweck aller unserer Handlungen sei, dass darin der Wille der Natur und in dem Gehorsam gegen diesen Willen die Tugend bestehe. Die Natur, sagen sie ferner, fordert alle Menschen auf, sich gegenseitig zu helfen und gemeinschaftlich das Freudenfest des Lebens zu feiern. Diese Vorschrift ist billig und gerecht. Es gibt kein Individuum, dessen Stellung so hoch über das menschliche Geschlecht erhaben wäre, dass die Vorsehung nur für dasselbe allein Sorge tragen müsste. Die Natur hat allen die gleiche Gestalt gegeben, sie erwärmt alle in gleichem Grad, sie umfasst alle mit derselben Liebe. Was sie verdammt, ist die Vergrößerung des eigenen Wohlbefindens, während man dadurch das Unglück eines anderen erschwert. Aus diesen Gründen denken die Utopia, dass man nicht allein die unter einfachen Bürgern getroffenen Übereinkünfte, sondern auch die öffentlichen Gesetze beachten müsse, welche die Verteilung der Annehmlichkeiten des Lebens ordnen, oder mit anderen Worten, den Stoff der Freude in gleichem Maße austeilen, sobald diese Gesetze durch einen guten Fürsten gerecht gehandhabt, oder durch die allgemeine Bestimmung eines Volkes sanktioniert sein, das weder durch die Tyrannei unterdrückt, noch durch Schliche hintergangen werde. Nach dem Glückstreben, ohne die Gesetze zu verletzen, das ist Weisheit. Für das allgemeine Wohlwirken, das ist Religion. Das Glück des Nächsten mit Füßen treten, während man nur das eine im Auge hat, das ist eine ungerechte Handlung. Sich dagegen irgendeinen Genussversagen, um anderen desselben teilhaftig werden zu lassen, ist ein Zeichen eines edlen und fühlenden Herzens, welches übrigens in reichem Maße für das geopferte Vergnügen entschädigt wird. Zuerst wird dieses gute Werk durch die Wiedervergeltung der Dienstleistungen belohnt. Ferner verursacht das Zeugnis des Bewusstseins die Erinnerung und Dankbarkeit derjenigen, welche man sich verpflichtet hat, der Seele mehr vergnügen, als der Gegenstand, dessen man sich beraubt, dem Körper hätte gewähren können. Endlich muss der Mensch, der an die Wahrheiten der Religion glaubt, fest davon überzeugt sein, dass Gott die freiwillige Entbehrung eines kurzwährenden und kleinen Vergnügens durch unaussprechliche und ewige Freuden belohnen werde. So beziehen die Utopie in letzter Untersuchung all unsere Handlungen und sogar all unsere Tugenden auf die Freude als unseren Endzweck. Vergnügen nennen sie jeden Zustand oder jede Bewegung der Seele und des Lebens, worin der Mensch ein natürliches Wohlbehagen empfindet. Nicht ohne Grund fügen sie das Wort natürlich hinzu. Denn es ist nicht allein die Sinnlichkeit, es ist auch die Vernunft, wodurch wir zu Dingen hingezogen werden, die an und für sich Wohlbehagen einflößen. Und unter diesen muss man diejenigen Annehmlichkeiten verstehen, die man ohne Ungerechtigkeit suchen darf, die Genüsse, um deretwillen man sich keine höheren versagen muss und die kein Übel in ihrem Gefolge haben. Es gibt Dinge, welche die Menschen ganz gegen die Natur und nur einer abgeschmackten Übereinkunft zufolge Vergnügungen nennen. Wie wenn es in ihrer Macht stünde, das Wesen ebenso leicht wie die Worte zu vertauschen. Diese Dinge, weit davon entfernt zum Glück beizutragen, sind ebenso viele Hindernisse für die Erlangung desselben. Sie lassen nicht zu, dass diejenigen, die ihnen nachstreben, reine und wahre Freuden genießen. Sie verderben den Geschmack, indem sie ihn mit der Vorstellung eines eingebildeten Vergnügens beschäftigen. In der Tat gibt es eine Menge von Dingen, denen die Natur nicht einen einzigen Reiz gegeben, denen sie vielmehr eine gewisse Bitterkeit beigemischt und die dennoch von den Menschen als vorzügliche und in gewisser Hinsicht zum Leben sogar notwendige Vergnügungen betrachten, obgleich sie der Mehrzahl nach grundschlecht und nur geeignet sind, böse Neigungen aufzuregen. Die Utopia zählen unter die Klasse falscher Vergnügungen die Eitelkeit derjenigen, die sich, wie ich schon erwähnt habe, bloß deshalb für besser halten, weil sie ein schöneres Kleid tragen. Die Eitelkeit dieser Toren ist aus doppelten Gründen lächerlich. Erstens schätzen sie ihr Kleid höher als ihre Person, denn worin kann in Rücksicht auf den Gebrauch eine feinere Wolle sich von einer Gröberen auszeichnen. Und dennoch tragen diese Unvernünftigen, wie wenn sie sich durch den Wert ihres Charakters und nicht durch ihr närrisches Benehmen von der Menge unterschieden, die Nase in der Luft und wähnen Wunders etwas zu sein. Sie erheben wegen des Reichtums und der Eleganz ihrer Kleidung auf Ehrenbezeugungen Anspruch, auf welche sie in einer einfachen und gewöhnlichen Tracht nicht hoffen würden. Sie werden unwillig, sobald man ihre Toilette mit einem gleichgültigen Auge betrachtet. Zweitens zeigen diese nämlichen Menschen dadurch einen nicht geringeren Grad von Einfältigkeit, dass sie einen ganz besonderen Wert auf Ehrenbezeugungen legen, die weder wirklich diesen Namen verdienen, noch irgendeinen Nutzen haben. Oder ist das ein Vergnügen, ein natürliches und wahres, welches man dem Schmeichler gegenüber empfindet, der sich den Kopf entblößt und demütig das Knie beugt? Kann eine Kniebeugung von Fieber oder Podagra heilen? Zu denjenigen, die sich durch eine falsche Vorstellung vom Vergnügen hinreißen lassen, gehören noch die Adeligen, die sich mit Stolz und Liebe in dem Gedanken an ihren Adel gefallen. Und wozu wünschen sie sich das Glück? Zu dem Zufall, der sie von einer langen Reihe reicher Vorfahren und besonders reicher Grundeigentümer, denn der heutige Adel bildet das Vermögen, abstammen ließ. Nichtsdestoweniger würden diese Toren selbst dann, wenn sie von ihren Vätern nichts geerbt oder auch ihr Erbgut gänzlich verschwendet hätten, ihren Adel um kein Herrchen geringer schätzen. Die Utopia stellen die Liebhaber von Edelsteinen in die Kategorie der Adelsnarren. Die Menschen, welche dieser Passion frönen, halten sich für kleine Götter, sobald sie einen schönen und seltenen Stein gefunden haben, der von ihrer Zeit und ihrem Land ganz besonders geschätzt wird. Denn derselbe Stein behält nicht immer und überall denselben Wert. Der Liebhaber von Geschmeiden kauft ihn nackt und ohne Geld. Er treibt seine Vorsicht so weit, vom Verkäufer eine Kaution und selbst den Schwur zu verlangen, dass der Diamant, der Rubin, der Topaz, echt sei. So sehr fürchtet er, dass seine Augen von einem falschen Brillanten hintergangen werden könnten. Was für ein Vergnügen liegt also darin, lieber einen natürlichen als einen künstlichen Stein zu betrachten, da das Auge den Unterschied zwischen beiden nicht zu gewahren vermag? Bei Licht betrachtet hat weder der eine noch der andere für einen Sehenden mehr Wert als für einen Blinden. Was soll man von den Geizigen sagen, die Geld auf Geld häuften, nicht um davon Gebrauch zu machen, sondern um sich durch die Betrachtung eines ungeheuren Metallhaufens zu ergötzen? Ist das Vergnügen dieser elenden Reichen nicht eine reine Chimäre? Ist derjenige glücklicher, welcher aus einem noch einfältigeren Grund seine Thaler einschart? Er sieht seinen Schatz nicht einmal, und aus Furcht ihn zu verlieren, verliert er ihn wirklich. Denn sein Geld eingraben heißt dies nicht, es sich selbst und allen anderen zu stehlen? Der Geizige aber ist ruhig, er hüpft vor Freude, wenn er seine Reichtümer recht tief eingegraben hat. Nun setzen wir den Fall, dass irgendjemand sich dieses der Erde anvertrauten Gutes bemächtige und unser Harpagon seinen Ruin um zehn Jahre überlebe, ohne es zu wissen. Ich frage sie, was kann ihm während dieser Zeit daran liegen, ob er seinen Schatz wohl bewahrt oder verloren hat? Eingegraben oder gestohlen, er ist für ihn durchaus von demselben Nutzen. Als eingebildete Vergnügen betrachten die Utopia ebenfalls diejenigen der Jagd und der Hazardspiele. Da sie die Letzteren niemals geübt haben, kennen sie dieselben kaum dem Namen nach. Welche Freude können sie darin finden, sagen sie, einen Würfel auf einen Tisch zu werfen? Und angenommen auch, dass hierin ein Vergnügen läge, so müsste dasselbe sie ebenso oft übersättigt haben, als es langweilig und fade für sie werden musste. Ist es nicht in größerem Maße ermüdend, als angenehm, Hunde bellen und heulen zu hören? Ist es genussreicher, einen Hund hinter einem Hasen als hinter einem Hund herlaufen zu sehen? Und dennoch findet der Lauf, wenn dieser das Vergnügen bildet in beiden Fällen statt. Aber ist es nicht vielmehr die Hoffnung auf das Erlangen, die Lust am Blutvergießen, welche ausschließlich zur Jagd reizt? Und wie sollte man nicht lieber seine Seele dem Mitleid öffnen? Wie sollte man nicht Abscheu gegen eine solche Metzelei empfinden, in welcher der starke, kühne und grausame Hund den schwachen, furchtsamen und flüchtigen Hasen zerreißt? Unsere Insulaner verbieten deshalb freien Menschen die Jagd als eine ihre unwürdige Beschäftigung. Sie erlauben dieselbe nur Metzgern. Und ihrer Meinung nach bildet die Jagd sogar die niedrigste Art der Kunst, das Vieh zu schlachten. Die übrigen Arten dieses Handwerks stehen in weit höherem Ansehen, weil sie mehr Nutzen bringen und man dadurch die Tiere nur aus Notwendigkeit tötet, während der Jäger in Blut und Metzelei einen leeren Genuss sucht. Außerdem sind die Utopier überzeugt, dass diese Liebe zum Töten, selbst zum Töten der Tiere, der Hang einer bereits verwilderten oder doch einer solchen Seele sei, die das Nachjagen dieses barbarischen Vergnügens bald verwildern werde. Die Utopier verachten all diese und eine fast unendliche Anzahl Vergnügungen von ähnlicher Art, die der gemeine Mann als höchste Güter schätzt, deren scheinbarer Reiz jedoch nicht in der Natur begründet ist. Selbst wenn diese Vergnügungen die Sinne in den angenehmsten Taumel versetzen sollten, was die natürliche Wirkung des Vergnügens zu sein scheint, bestätigen sie nur, dass sie mit wahrhafter Freude nichts gemein haben. Denn, sagen sie, dieses sinnliche Vergnügen rührt nicht von der Natur des Gegenstandes selbst her, es ist die Folge übler Gewohnheiten, die das Bittere süß finden lassen. So finden schwangere Frauen, deren Geschmack verderbt ist, Pech und Talg, süßer als Honig. Die Utopier unterscheiden mehrere Arten wahrer Vergnügen. Die einen beziehen sich auf den Körper, die anderen auf die Seele. Die Vergnügungen der Seele bestehen in der Entwicklung der Geisteskräfte und den reinen Freuden, welche die Betrachtung der Wahrheit begleiten. Unsere Insulaner verbinden damit gleichfalls das Bewusstsein eines untadelhaften Lebens und eine gewisse Hoffnung auf eine glückselige Unsterblichkeit. Das Vergnügen des Körpers teilen sie in zwei Gattungen. Die erste Gattung fasst alle Vergnügen in sich, welche einen wirklichen, offenbaren Einfluss auf die Sinne üben und deren Ursache die Erfrischung der durch die innere Wärme erschöpften Organe ist. Jener Eindruck entsteht eines Teils durch den Akt des Trinkens und Essens, welcher die verlorenen Kräfte wiederherstellt, andern Teils aber durch die animalischen Funktionen, welche aus dem Körper die überflüssigen Materien schaffen. Diese Art sind die nötigen Absonderungen, der Beischlaf und die Stillung des Juckens durch Kratzen oder Reiben. Bisweilen rührt auch das Vergnügen der Sinne nicht von animalischen Funktionen her, welche die erschöpften Organe erfrischen oder sie eines unangenehmen Überflusses entledigen. Es ist dann die Wirkung einer inneren und unerklärlichen Kraft, welche aufregt, reizt und anzieht. Diese Art ist das Vergnügen, welches die Musik gewährt. Die zweite Art sinnlichen Vergnügens besteht in dem fortwährenden und vollkommenen Gleichgewicht aller Teile des Körpers, das heißt in einer unbedingten Gesundheit. In der Tat empfindet der Mensch, wenn ihn kein Schmerz berührt, in sich ein gewisses Gefühl der Behaglichkeit, selbst wenn kein äußerer Gegenstand angenehm auf seine Organe einwirkt. Es ist wahr, dass diese Art von Vergnügen die Sinne nicht aufregt und berauscht, wie zum Beispiel die Freuden der Tafel. Dennoch stellen viele dieselben in den ersten Rang. Und fast alle Utopia erklären sie zum Grundstein des wahren Glückes. Denn, sagen sie, nur unter der Bedingung einer vollkommenen Gesundheit kann das Leben ruhig und wünschenswert erscheinen. Ohne Gesundheit ist kein Vergnügen mehr möglich. Ohne sie ist selbst die Abwesenheit des Schmerzes kein Gut mehr. Sie ist nur die Unempfindlichkeit des Körpers. Über diesen Gegenstand erhob sich einst in Utopia ein lebhafter Streit. Einige behaupteten, man dürfe eine beständige und ruhige Gesundheit nicht unter die Zahl der Vergnügungen rechnen, da dieselbe nicht wie die von außen kommenden Sinnesempfindungen einen wirklichen und besonderen Genuss gewähre. Gegenwärtig aber kommen alle mit einer sehr geringen Ausnahme darin überein, dass die Gesundheit ein wesentliches Vergnügen sei. Wirklich ist es nach ihnen der Schmerz, der in der Krankheit als unversöhnliche Feind des Vergnügens erscheint. Die Krankheit aber ist gleichfalls eine Feindin der Gesundheit. Warum sollte also in der Gesundheit kein Vergnügen liegen, eben wie die Krankheit den Schmerz mit sich bringt? Es ist dabei fast gleichgültig, ob die Krankheit der Schmerz ist oder ob der Schmerz im Gefolge der Krankheit auftritt, weil die Resultate durchaus dieselben sind. Mag man nun die Gesundheit als das Vergnügen selbst oder auch nur als die Ursache betrachten, die jenes notwendig erzeugt, wie das Feuer notwendig die Wärme erzeugt? Immer muss der Mensch, der eine unausgesetzte Gesundheit genießt, in beiden Fällen ein gewisses Vergnügen empfinden. Wenn wir speisen, sagen die Utopia, ist es dann nicht die Gesundheit, welche, indem sie abzunehmen beginnt, mit Hilfe der Nahrungsmittel gegen den Hunger kämpft? Die Letzteren dringen vor, sie treiben den grausamen Feind vor sich her und erfüllen den Menschen mit jenem Wohlbehagen, welches die Rückkehr seiner normalen Lebenskraft begleitet. Aber sollte die Gesundheit, die so viel Vergnügen am Kampf gefunden hat, sich über den Sieg nicht freuen? Was sie in dem Streit suchte, war ihre frühere Kraft? Und ist es möglich, dass sie, nachdem sie dieses Resultat gewonnen hat, in eine starre Betäubung verfällt, ohne ihr Glück weder zu kennen noch zu lieben? Demzufolge verwerfen die Utopia durchaus die Meinung, dass der gesunde Mensch von seinem Zustand keine Empfindung habe. Nach ihnen muss man krank sein oder schlafen, um nicht zu fühlen, dass man sich wohl befindet. Man muss von Stein oder in Lethargie verfallen sein, um sich nicht einer vollkommenen Gesundheit zu gefallen, um darin kein Wohlbehagen zu finden. Und was ist nun dieses Sich-Gefallen, dieses Wohlbehagen anderes als Vergnügen? Darüber hinaus geben sie sich ganz den Vergnügungen des Geistes hin, die sie als die vornehmsten und wesentlichsten aller Vergnügungen betrachten. Zu den reinsten und wünschenswertesten zählen sie die Übung der Tugend und des Bewusstsein eines fleckenlosen Lebens. Unter den körperlichen Vergnügungen geben sie der Gesundheit den Vorzug. Denn wenn man eine gute Mahlzeit und die übrigen Genüsse des animalischen Lebens suchen muss, so geschieht dies nach ihrer Meinung bloß der Erhaltung der Gesundheit wegen, da diese Dinge nicht an und für sich, sondern nur dadurch angenehm einwirken, dass sie sich den geheimen Angriffen der Krankheit entgegenstellen. Der Kluge wird dem Übel lieber vorbeugen, als die betreffenden Geldmittel anzuwenden, den Scherz lieber vermeiden, als zu Linderungsmitteln seine Zuflucht zu nehmen. Demzufolge machen die Utopia von allen Vergnügungen des Körpers Gebrauch, deren Entbehrung sie nötigen würde, Heilmittel anzuwenden. Aber sie setzen in dieser Vergnügung nicht ihr ganzes Glück. Sonst würde der Gipfel menschlicher Glückseligkeit in unaufhörlichem Hunger und Durst bestehen, weil man dann beständig essen und trinken müsste. Gewiss, ein solches Leben wäre ebenso elend wie verächtlich. Die tierischen Genüsse sind die niedrigsten, die unreinsten und immer sind sie von einem Schmerz begleitet. Vereinigt sich der Hunger nicht und zwar in sehr ungleichem Verhältnis mit dem Vergnügen des Speisens? Die Empfindung des Hungers ist in der Tat die heftigste. Sie ist gleichfalls die dauerhafteste, da sie von dem Vergnügen entsteht und nur mit demselben erlischt. Von diesen Grundsätzen durchdrungen denken die Utopia, dass man die fleischlichen Vergnügen nur so lange sehr schätzen dürfte, als sie nötig und nützlich sind. Bei alledem geben sie sich denselben freudig hin und denken der Natur, die mit der Zärtlichkeit einer Mutter für den Menschen Sorge trägt, indem sie den notwendigen Funktionen des Lebens so angenehme und liebliche Eindrücke beigestellt. Wie traurig würde unser Los sein, müssen wir den Hunger und Durst täglich durch Gifte und bittere Arzneien vertreiben, wie wir die übrigen Krankheiten, von welchen wir dann und wann befallen werden, vertreiben. Sie pflegen und entwickeln gern die Schönheit, die Stärke, die Gewandtheit des Körpers, diese angenehmsten und glücklichsten Geschenke der Natur. Ebenso billigen sie die Vergnügungen, die man mit Hilfe des Gesichts, des Gehörs und des Geruchs genießt, Vergnügen, welche die Natur ausschließlich für den Menschen geschaffen hat und welche die Würze und den Reiz des Lebens bilden. Denn das Tier lässt seinen Blick nicht auf der Pracht der Schöpfung, auf der Ordnung und Einrichtung des Universums weilen. Es atmet den Geruch ein, um seine Nahrung zu unterscheiden, aber es empfindet nicht die Reize des Duftes. Es kennt die Beziehungen der Töne nicht und weiß weder Dissonanz noch Harmonie zu schätzen. Übrigens vergessen die Utopia bei allen Arten sinnlicher Befriedigungen nie die praktische Regel, dasjenige Vergnügen zu fliehen, welches am Genuss eines größeren Vergnügens hindert oder irgendeinen Schmerz hinterlässt. In ihren Augen aber ist der Schmerz die unvermeidliche Folge jedes unreinen Vergnügens. Ein weiterer ihrer Grundsätze ist folgender. Die Schönheit des Körpers verachten, die Kräfte desselben schwächen, seine Geschmeidigkeit in Steifheit verwandeln, sein Temperament durch Fasten und Enthaltsamkeit niederschlagen, seine Gesundheit verderben, kurz, alle Geschenke der Natur zurückweisen, und zwar aus keinem anderen Grund, als um sich in der Hoffnung, dass Gott diese Kasteiungen der einst mit ewiger unaussprechlicher Freude belohnen werde, umso wirksamer dem Glück der Menschheit zu weihen, heißt auf das Uneigennützigste den Pflichten der Religion nachleben. Aber seinen Leib geißeln, sich für ein leeres Phantom der Tugend oder bloß deshalb aufopfern, weil man sich im Voraus an Duldungen gewöhnen will, denen man vielleicht niemals unterworfen sein wird, das ist ein Akt stumpfsinniger Torheit, feiger Grausamkeit gegen sich selbst und hochmütiger Undankbarkeit gegen die Natur. Es heißt die Wohltaten des Schöpfers, gleichsam als verschmähte man es, demselben irgendwie verbindlich zu sein, mit Füßen zu treten. Dies ist die utopische Theorie in Betreff der Tugend und des Vergnügens. Solange nicht eine himmlische Offenbarung den Menschen unmittelbar eines Heilsameren belehrt, glauben sie, dass die menschliche Vernunft nichts der Wahrheit Gemäßeres aufstellen könne. Ist diese Moral gut? Ist sie schlecht? Ich will darüber nicht urteilen. Es fehlt mir dazu an Zeit und ist auch zu meinem Zwecke nicht notwendig. Ich habe eine Erzählung unternommen und keine Apologie. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Utopia dank ihrer Einrichtungen das erste aller Völker sind und dass nirgendwo anders ein glücklicherer Staat besteht. Der Utopia ist gewandt und nervös. Ohne von schwachem Wuchs zu sein, ist er kräftiger, als sein Äußeres vermuten lässt. Die Insel ist nicht in allen Gegenden gleich fruchtbar, die Luft nicht überall gleich rein und gesund. Die Einwohner bekämpfen die nachteiligen Einflüsse der Atmosphäre durch Mäßigkeit. Sie verbessern den Boden durch die ausgezeichnete Bestellung, sodass man nirgendwo anders einen besseren Viehstand oder reichere Ernten findet. In keinem anderen Land ist das Leben des Menschen länger und die Zahl der Krankheiten geringer. Nicht allein die ackerbauenden Bürger stellen in großer Vollkommenheit die Arbeiten her, die einen von Natur undankbaren Boden fruchtbarer machen, sondern das Volk wird bisweilen in Masse aufgeboten, um ganze Wälder, deren Lage ein Hemmnis für den Transport bildet, zu entwurzeln und dafür andere in der Nähe des Meeres, der Flüsse oder der Städte anzupflanzen. Denn von allen Erzeugnissen des Bodens lässt das Holz sich am schwierigsten auf dem Landweg fortschaffen. Das utopische Volk ist verständig, liebenswürdig, gewerbefleißig, gemächlich und nichtsdestoweniger beharrlich in der Arbeit, sobald die Arbeit nötig ist. Ihre vornehmste Passion ist die Übung und Entwicklung der Geisteskräfte. Während unseres Aufenthalts auf der Insel hatten wir den Einwohnern einiges über die Künste und Wissenschaften Griechenlands mitgeteilt. Wahrhaft merkwürdig war es zu sehen, wie eifrig diese guten Insulaner uns darum baten, ihnen die griechischen Autoren zu erklären. Von den Lateinischen hatten wir mit ihnen nicht gesprochen, da wir glaubten, dass sie unter diesen nur die Historiker und Dichter schätzen würden. Endlich mussten wir ihren Bitten nachgeben. Es war dies, ich gestehe es ihnen, von unserer Seite ein Akt reiner Gefälligkeit, von welcher wir uns keine besonderen Früchte versprachen. Nach einigen Lektionen aber hatten wir Ursache, uns wegen des Erfolgs unserer Unternehmung, wegen des Eifers und der Fortschritte unserer Schüler Glück zu wünschen. Wir waren erstaunt über die Leichtigkeit, mit welcher sie die Form, der Buchstaben nachschrieben, sowie über die Reinheit ihrer Aussprache, die Genauigkeit ihres Gedächtnisses und die Treue ihrer Übersetzungen. Freilich wurden die meisten von denen, die sich anfangs freiwillig mit einem so lobenswerten Eifer diesem Studium hingegeben, später durch ein Dekret des Senats dazu angehalten. Es waren dies die ausgezeichnetsten aus der Klasse der Gelehrten, Männer von reifem Alter. Und so gab es nach weniger als drei Jahren nichts mehr in den Werken der guten Autoren, was sie die durch Druckfehler veranlassten Schwierigkeiten abgerechnet bei der Lektüre nicht vollkommen verstanden hätten. Meiner Meinung nach beweist die große Leichtigkeit, mit welcher sie das Griechische erlernten, dass diese Sprache ihnen nicht vollständig fremd war. Ich halte sie der Abkunft nach für Griechen, und obgleich ihr Idiom sich sehr dem Persischen nähert, findet man in den Namen ihrer Städte und ihrer Obrigkeiten einige Spuren der griechischen Sprache. Bei meiner vierten Reise nach Utopia hatte ich an Stadtwaren ein recht hübsches Päckchen Bücher mitgenommen, fest entschlossen, so spät als möglich nach Europa zurückzukehren. Als ich von den Utopiern schied, ließ ich ihnen meine Bibliothek. Somit empfingen sie fast alle Werke Platos von mir, eine bedeutende Anzahl derjenigen des Aristoteles und Theophrates Buch über die Pflanzen, welches schon an mehreren Stellen zu meinem größten Bedauern zerrissen war. Während der Überfahrt hatte ich mich nicht darum gekümmert. Unglücklicherweise fand es ein Affe, und dieser Schelm machte sich ein Vergnügen daraus, hier und da Blätter herauszureißen. Von allen Grammatikern konnte ich unseren Insulanern nur den einzigen Laskaris geben, denn den Theodor hatte ich nicht mitgebracht. An Wörterbüchern besitzen sie Hesichus und Dioskoride. Plutarch ist ihr Lieblingsschriftsteller. Luzians Heiterkeit und Anmut entzückt sie. Von den Dichtern besitzen sie Aristophanes, Homer, Euripides und den Sophokles von Aldus in kleiner Schrift. Von den Historikern ließ ich ihnen Tukidides, Herodot und Herodian. Aus dem Gebiete der Medizin haben sie einige Werke des Hippokrantes und dem Mikrotechne von Gallian, den meine Reisegefährte Tritius Apinas mitgebracht hat. Diese beiden letzteren Bücher stehen bei ihnen in großer Achtung. Denn wenn die Medizin in keinem Land weniger notwendig ist als in Utopia, so wird sie in keinem mehr geehrt. Die Utopia stellen sie in die Reihe der nützlichsten und edelsten Gebiete der Naturphilosophie. Der Arzt, sagen sie, welches sich befleißigt, die Geheimnisse des Lebens zu durchschauen, schöpft nicht allein aus diesem Studium ungemeinen Genuss, sondern er macht sich auch dem Urheber des Lebens angenehm. Den Ansichten der Utopia zufolge setzt der Schöpfer, einem irdischen Werkmeister gleich, seine Weltmaschine den Blicken des Menschen aus, des einzigen Wesens, welches diese schöne Unermesslichkeit begreifen könnte. Gott sieht mit Liebe auf den herab, der dieses große Werk bewundert und die Getriebe und die Gesetze derselben zu entdecken sucht. Mitleidig betrachtet er den, der gleich einem vernunftlosen Tier bei diesem bewunderungswürdigen Schauspiel kalt und gefühllos bleibt. Man wird jetzt begreifen, dass die Utopia, deren Geist unaufhörlich durch das Studium der Wissenschaften und Literatur gebildet wird, mit einer bewundernswerten Fähigkeit für die zum Wohl des Lebens beitragenden Künste und Erfindungen begabt sind. Sie verdanken uns die Buchdruckerkunst und die Fabrikation des Papiers. Aber ihr eigener Scharfsinn kam ihnen hier ebenso sehr zu statten wie unser Unterricht, denn keine dieser beiden Künste kannten wir gründlich. Wir beschränkten uns also darauf, den Druck des Aldus zu zeigen und sie, soweit es uns möglich war, über die zur Fabrikation des Papiers zu verwendende Materie und das Verfahren bei der Buchdruckerkunst zu belehren. Bald errieten sie, worauf wir nur hingedeutet hatten. Früher schrieben sie auf Fellen, Rinden, Schilfrohrblättern. Alsbald versuchten sie, Papier zu verfertigen und zu drucken. Diese ersten Versuche fielen schlecht aus, aber auf tausendmal gemachte Erfahrungen gestützt, gelangten sie zu einem vollkommenen Erfolg. Und wenn sie alle griechischen Manuskripte in Händen hätten, würden sie zahlreiche Ausgaben davon abziehen können. Sie besitzen gegenwärtig keine anderen Bücher als diejenigen, welche ich ihnen dagelassen habe. Aber diese Bücher haben sie bereits in tausenden von Exemplaren vervielfältigt. Kommt ein Fremder nach Utopia, so wird er auf das Beste aufgenommen, wenn er sich durch ein wirkliches Verdienst empfiehlt oder wenn lange Reisen ihm eine genaue Kenntnis der Menschen und der Zustände gegeben haben. Dem letzteren Grund war es vielleicht zuzuschreiben, dass man uns in diesem Land, wo man äußerst gern von dem hört, was auswärts sich zuträgt, einen so trefflichen Empfang angedeihen ließ. Durch den Handel kommen dort wenige Fremde zusammen. Denn was sollte man, das Eisen ausgenommen, nach Utopia einführen? Gold und Silber? Aber man würde ganz gewiss genötigt sein, das eine wie das andere wieder mit herauszunehmen. Was den Ausfuhrhandel betrifft, so betreiben die Utopia ihn selbst. Es ist ihnen in zweifacher Hinsicht zweckdienlich. Zuerst, um stets zu wissen, was in der Außenwelt vorgeht, und dann, um ihre Schifffahrt aufrecht zu erhalten und zu vervollkommenen. Von den Sklaven. Der Sklaverei verfallen nicht alle Kriegsgefangenen ohne Unterschied, sondern bloß diejenigen Individuen, welche mit den Waffen in der Hand gefangen genommen wurden. Der Sohn des Sklaven ist frei, der fremde Sklave wird es, sobald er den Boden von Utopia betritt. Die Knechtschaft trifft insbesondere diejenigen Bürger, welche schwere Verbrechen begingen und die zum Tode verurteilten, die dem Ausland angehören. Die letztere Klasse von Sklaven ist in Utopia sehr zahlreich. Die Utopia suchen sie im Ausland auf, wo sie dieselben um einen geringen Preis kaufen und bisweilen sogar umsonst erhalten. All diese Sklaven werden zu unausgesetzter Arbeit gezwungen und tragen die Kette. Diejenigen aber, welche mit größerer Strenge behandelt werden, sind die Eingeborenen. Diese betrachtet man als die Edelsten unter den Verbrechern wert, den Übrigen durch eine tiefere Entwürdigung als Beispiel zu dienen. In der Tat hatte man ihnen alle Keime der Tugend eingepflanzt. Sie hatten glücklich und gut zu sein gelernt und entschieden sich dennoch für das Verbrechen. Eine weitere Klasse von Sklaven bilden die armen Tagelöhner der benachbarten Gegenden, die sich einfinden, um freiwillig ihre Dienste anzubieten. Diese werden in allem wie Bürger behandelt, nur dass man sie in Rücksicht auf ihre größere Gewöhnung an Anstrengungen ein wenig mehr arbeiten lässt. Es steht ihnen frei, zurückzureisen, wann sie wollen, und niemals lässt man sie mit leeren Händen ziehen. Ich habe schon erwähnt, wie angelegentlich die Utopia für die Kranken Sorge tragen. Man lässt es ihnen an nichts fehlen, was zu ihrer Genesung beitragen kann, bestehe dasselbe in Heil- oder in Nahrungsmitteln. Die Unglücklichen, welche von unheilbaren Krankheiten befallen sind, empfangen alle Tröstungen, alle Aufwartungen, alle moralischen und physischen Linderungen, die sich eignen, um ihnen das Leben erträglich zu machen. Wenn sich aber jenen unheilbaren Krankheiten heftige Schmerzen zugesellen, die nichts verscheuchen oder mildern kann, so besuchen die Priester und obrigkeitlichen Personen den Patienten und raten ihm das Einzige, was sie unter diesen Umständen für sein Bestes halten. Sie führen ihm vor Auge, dass er der Güter und Funktionen des Lebens entkleidet sei, dass er nur seinen eigenen Tod überlebe und dadurch sich selbst wie anderen zur Last falle. Sie veranlassen ihn, das für ihn aufreibende Übel nicht länger zu nähren und beherzt zu sterben, da die Existenz für ihn nur eine Kettenreihe von Qualen sei. Sei guten Mutes, sprechen sie ihm zu, brich die Ketten, die dich belasten, und verlasse freiwillig das Gefängnis des Lebens oder lass wenigstens zu, dass andere dich daraus befreien. Dein Tod ist keine ruchlose Zurückweisung der Wohltaten der Existenz, er ist das Ende einer schrecklichen Folter. In einem solchen Fall der Stimme der Priester, welche die Organe der Gottheit sind, zu gehorchen, heißt ein religiöses und heiliges Werk vollbringen. Diejenigen, welche sich überzeugen lassen, machen in freiwilliger Entsagung ihrem Leben ein Ende, oder man schläfert sie auch wohl durch einen tödlichen Schlaftrunk ein, und so sterben sie, ohne es zu bemerken. Diejenigen, die das Leben nicht verlassen wollen, werden deshalb nichtsdestoweniger mit der liebreichsten Aufmerksamkeit und Sorgfalt behandelt. Sterben sie, so ehrt die öffentliche Meinung ihr Andenken. Der Mensch, welcher sich ohne einen vom Magistrat und dem Priester gebilligten Grund tötet, wird der Erde und des Feuers für unwürdig erklärt. Sein Körper wird nicht begraben, sondern schimpflich in einen Morast geworfen. Die Jungfrauen dürfen sich nicht vor 18, die Jüngliche nicht vor 22 Jahren verheiraten. Die Individuen von beiden Geschlechtern, welche überführt sind, vor der Ehe verbotener Lust unterlegen zu sein, haben schwere Strafen zu gewärtigen, und die Ehe ist ihnen unter jeder Bedingung untersagt. Es sei denn, dass der Fürst ihnen den Fehler verzeihen würde. Der Vater und die Mutter der Familie, in welcher der Letztere begangen wurde, werden entehrt, weil sie als Erzieher nicht sorgsam genug über ihre Kinder gewacht haben. Dieses Gesetz scheint ihnen vielleicht bis zum Übermaß streng. In Utopia aber meint man, dass die ehrliche Liebe unter zwei Individuen, welche verheiratet sind, beständig einander gegenüber zu leben und die tausend Unannehmlichkeiten dieses vertrauten Umgangs zu erdulden, gar zu früh erlöschen würde, wenn eine sündhafte und ephemere Liebe geduldet und ungestraft wäre. Übrigens verheiraten die Utopia sich nicht blindlings. Um besser zu wählen, folgen sie einem Brauch, der uns anfänglich offenbar lächerlich und abgeschmackt schien, den sie aber mit kaltem Blut und wahrhaft bemerkenswerter Ernsthaftigkeit vollziehen. Eine ehrbare und gesetzte Dame zeigt dem Bräutigam seine Verlobte, Jungfrau oder Witwe im Zustand völliger Nacktheit. Und umgekehrt stellt ein Mann von erprobter Rechtschaffenheit dem jungen Frauenzimmer ihren Verlobten nackt vor. Über diese seltsame Sitte mussten wir beherzlich lachen, wir fanden sie sogar ziemlich einfältig, aber auf all unsere Spöttereien erwiderten die Utopia, dass sie sich über die Torheiten der Menschen anderer Länder nicht genug wundern könnten. Wenn sie einen Klepper, eine Sache von wenigen Talern an Wert, kaufen, sagten sie, so sehen sie sich mit ungemeiner Ängstlichkeit vor. Das Tier ist fast nackt und dennoch nehmen sie ihm den Sattel und das Geschirr ab, aus Furcht, dass diese schwachen Hüllen irgendein Geschwür verbergen könnten. Und wenn es sich um die Wahl einer Gattin handelt, eine Wahl, welche auf das ganze Leben Einfluss übt und welche eine Lust oder eine Qual daraus macht, so gehen sie mit der größten Sorglosigkeit zu Werke. Wie, sie knüpfen sich mit unauflöslichen Banden an einen ganz von Kleidern eingehüllten Körper, sie urteilen über die ganze Frau nach einer Handbreit von ihrer Person, da nur ihr Gesicht unbedeckt ist. Und sie fürchten nicht, demnächst ein verstecktes Gebrechen aufzufinden, das sie zwingt, diese aufs Gerate wohl geschlossene Verbindung zu verfluchen? Die Utopia hatten gewissermaßen Recht, so zu reden. Denn alle Menschen sind nicht genug Philosophen, um an einer Frau nur den Geist und das Herz zu schätzen. Selbst die Philosophen werden nicht unwillig, wenn sie Körperschönheit mit Geistesfähigkeiten vereinigt finden. Es ist gewiss, dass der glänzendste Schmuck die abschreckendste Hässlichkeit verstecken kann. Das Herz wie die Sinne des unglücklichen Gatten werden als dann die Frau verwünschen, von welcher eine fleischliche Trennung ihm künftig versagt ist, weil die Mystifikation, wenn sie erst nach geschlossener Ehe stattfand, die Unauflöslichkeit derselben nicht aufhebt und dem Mann folglich nichts übrig bleibt, als sich seinen Ärger zu verbeißen. Den Gesetzen obliegt es daher, ein unfehlbares Mittel aufzustellen, nicht in die Schlinge zu fallen. Besonders in Utopia, wo die Vielweiberei streng verboten ist und die Ehe meistens erst durch den Tod gelöst wird, ausgenommen im Fall des Ehebruchs und wenn die Aufführung des einen Teils durchaus nicht zu ertragen ist. In diesen beiden Fällen gibt der Senat dem beleidigten Gatten das Recht, sich wieder zu verheiraten. Der andere Teil wird verurteilt, beständig in Ehelosigkeit und im Zölibat zu leben. Unter keinem Vorwand ist es erlaubt, eine Frau von untadelhaften Betragen wieder ihren Willen zu verstoßen, weil sie etwa ein körperliches Gebrechen erhalten haben sollte. Wer auf diese Weise seine Gattin in dem Augenblick verlässt, wenn sie am meisten des Beistandes bedurfte, begeht in den Augen unserer Insulaner eine feige Grausamkeit. Er raubt dem Alter jede Hoffnung für die Zukunft und jedes Vertrauen auf die geschworene Treue. Denn ist das Alter nicht die Mutter der Krankheit? Ist es nicht selbst eine Krankheit? Es ereignet sich bisweilen in Utopia, dass der Gatte und die Gattin, weil sie wegen zu großer Ungleichheit der Charaktere nicht miteinander harmonieren, sich nach neuen Verbindungen umsehen, die ihnen ein glücklicheres und angenehmeres Leben verheißen. Das Gesuch um Zulassung der Scheidung muss den Mitgliedern des Senats vorgelegt werden, die nebst ihren Frauen, nachdem sie die Sache sorgfältig untersucht haben, die Scheidung entweder zugeben oder für unstadthaft erklären. Im ersten Fall trennen die beiden klagenden Teile sich mit gegenseitiger Bewilligung und schreiten zu einer zweiten Ehe. Die Ehescheidung wird selten erlaubt. Die Utopia wissen, dass in der Hoffnung, sich leicht aufs Neue verheiraten zu können, nicht das beste Mittel steht, die ehrliche Liebe zu befestigen. Der Ehebrecher wird mit der härtesten Sklaverei bestraft. Wenn die beiden Schuldigen verheiratet waren, so hat jeder der beschimpften Gatten das Recht, den beleidigenden Teil zu verstoßen. Sie können sich miteinander oder nach Gutdünken wieder verheiraten. Wenn indessen der beleidigte Teil, Gatte oder Gattin, seine unwürdige Ehehälfte noch liebt, so ist die Ehe nicht aufgehoben, vorausgesetzt jedoch, dass der beleidigte Teil dem Schuldigen dahin folgt, wo dieser zu arbeiten verurteilt ist. Die Reue des einen und die liebreiche Aufopferung des anderen erregt bisweilen das Mitleid des Fürsten, welcher beiden die Freiheit schenkt. Wiederholter Ehebruch wird mit dem Tod bestraft. Die Strafen für die übrigen Verbrechen hat das Gesetz nicht unabänderlich festgestellt. Der Senat bemisst die Buße nach der Größe des Frevels. Die Männer bestrafen ihre Frauen, die Väter und Mütter ihrer Kinder, es sei denn, das Vergehen ist von so schwerer Art gewesen, dass es eine öffentliche Zurechtweisung verlangt. Die gewöhnliche Strafe, selbst für die größten Verbrechen, ist die Sklaverei. Die Utopia glauben, dass die Sklaverei für den Verbrecher nicht minder abschreckend sei als der Tod und dass sie überdies dem Staat mehr nütze. Ein Mensch, welcher arbeitet, sagen sie, ist nützlicher als ein Leichnam. Und das Beispiel einer unaufhörlichen Strafe schreckt auf eine dauerhaftere Weise von Verbrechen ab als ein gesetzlicher Mord, welcher den Schuldigen in einem Augenblick verschwinden lässt. Wenn die verurteilten Sklaven sich empören, tötet man sie gleich wilden und unbändigen Tieren, für welche die Kette nicht schwer genug ist. Diejenigen aber, welche geduldig ihr Schicksal ertragen, sind nicht aller Hoffnung beraubt. Man findet unter diesen Unglücklichen einige, welche durch die Länge der Zeit und die Wucht ihrer Leiden gezähmt eine wahre Reue äußern und beweisen, dass das Verbrechen sie noch mehr drückt als die Strafe. Das Wort des Fürsten oder die Stimme des Volkes erleichtert als dann ihre Knechtschaft und schenkt ihnen häufig sogar die Freiheit. Die einfache Verlockung zum Ehebruch zieht dieselbe Strafe nach sich wie die begangene Schändung selbst. In jeder Art krimineller Beziehungen gilt der wohlüberlegte Versuch ebenso viel wie die Tat. Die Hindernisse, welche sich der Ausführung einer schlechten Absicht entgegenstellen, gereichen niemals zur Rechtfertigung, da der Verbreche das Böse vollbracht haben würde, wenn es gekonnt hätte. Die Spaßmacher gereichen den Utopien zur Belustigung. Sie zu beleidigen gilt als eine Schändlichkeit. So ist auch das Vergnügen, welches man an der Torheit eines anderen findet, nicht unerlaubt. Die Utopier, welche sich für ihre Spaßmacher interessieren, vertrauen dieselben nicht jenen strengen Finsterlingen an, welche die komischsten Reden oder Handlungen nicht zu erheitern vermögen. Sie fürchten, dass dergleichen ernste Herren zu wenig Milde und Sorge für einen Narren zeigen würden, der ihnen zu nichts dient, der ihnen nicht einmal ein Lächeln abnötigen kann. Und gleichwohl besteht hierin das einzige Talent, welches die Natur ihnen zugeteilt. Gleich schändlich ist es, über Hässlichkeit und Gebrechen zu spotten. Wer einem Unglücklichen körperliche Fehler vorwirft, deren Vermeidung nicht in seinen Kräften stand, wird wie ein böswilliger Tor verachtet. Die Vernachlässigung der natürlichen Schönheit gilt in diesem Land als eine unwürdige Trägheit. Die Benutzung von Schminke und anderen künstlichen Mitteln aber ist eine entehrende Unverschämtheit. Unsere Insulaner wissen aus Erfahrung, dass eine Frau sich der Liebe ihres Mannes weniger durch körperliche Vorzüge empfiehlt als durch reine Sitten, Sanftmut und Achtung. Viele lassen sich durch die Schönheit hinreißen, aber nicht ein einziger Mann ist beständig und treu, wenn er nicht neben der Schönheit zugleich Anmut und Tugend findet. Die Utopier schrecken nicht allein durch Strafgesetze vom Verbrechen zurück, sie fördern auch durch Ehren und Belohnungen zur Tugend auf. Genialen Männern und denjenigen, welche sich um den Staat glänzende Verdienste erworben haben, werden auf öffentlichen Plätzen Denkmäler errichtet. Auf diese Weise wird das Andenken an große Handlungen verewigt und der Ruhm der Vorfahren spornt die Nachkommenschaft an und reizt sie beständig zum Guten. Wer jedoch allzu begierig nach einer oberigkeitlichen Würde strebt, verliert alle Hoffnung, jemals irgendeine gehobene Stellung zu bekleiden. Die Utopier leben untereinander wie in einer Familie. Die Behörden zeigen sich weder hart noch stolz, man nennt sie Väter. Und in der Tat üben sie deren Gerechtigkeit und Güte. Mit Einfachheit nehmen sie die Ehrenbezeugungen entgegen, welche man ihren Funktionen freiwillig spendet. Zu diesen Zeichen der Ehrerbietung ist niemand gezwungen. Selbst der Fürst unterscheidet sich von der Menge weder durch den Purpur noch durch das Diadem, sondern einzig und allein durch ein Büschel Kornähren, welches er in der Hand hält. Die Insignien des Oberpriesters beschränken sich auf eine Wachskerze, die man vor ihm herträgt. Die Zahl der Gesetze ist nur sehr gering und dennoch für die Einrichtungen genügend. Was die Utopier bei anderen Völkern besonders missbilligen, ist die unendliche Menge von Gesetzbüchern, Dekreten und Kommentaren, die gleichwohl für die öffentliche Ordnung noch nicht hinreichen. Sie betrachten es als die größte Unrichtigkeit, die Menschen durch Gesetze einzuschmieden, die allzu zahlreich sind, als dass jene die Zeit hätten, sie zu lesen oder allzu dunkel, als dass sie dieselben verstehen könnten. Demzufolge gibt es in Utopia keine Advokaten. Man findet dort keinen jener Sprecher von Professionen, die sich befleißigen, das Gesetz zu verdrehen und mit der größten Gewandtheit eine Sache durchzuführen. Die Utopier halten es für besser, dass jeder seine Sache selbst verteidigt und dasjenige, was er einem Advokaten zu sagen hätte, geradewegs dem Richter anvertraut. Auf diese Weise finden weniger Zweideutigkeiten und Schliche statt und die Wahrheit stellt sich leichter heraus. Die Parteien tragen ihre Sache einfach vor, weil es dort keinen Advokaten gibt, der sie von den tausend Schleichwegen der Schikane unterrichten könnte. Die Gründe einer jeden werden von dem Richter mit gesundem Verstand und nach bestem Wissen untersucht und abgewogen. Er verteidigt die Offenheit des schlichten Mannes gegen die falschen Behauptungen des Schelms. Eine ähnliche Ausübung der Justiz würde in anderen Ländern, die unter einem Haufen von Gesetzen in Verwirrung und Zweideutigkeiten vergraben liegen, sehr schwer halten. Übrigens ist in Utopia jedermann Doktor der Rechte, denn die Zahl der Gesetze, ich wiederhole es, ist dort äußerst gering und die roheste, die materiellste Auslegung derselben wird wie die begründetste und gerechteste zugelassen. Die Gesetze, sagen die Utopier, sind zu dem einzigen Zweck aufgestellt, dass jeder von seinen Rechten und Pflichten Kenntnis erhalte. Die Feinheiten ihrer Kommentare aber sind nur wenigen zugänglich und klären nur eine geringe Anzahl von Gelehrten auf, während ein deutlich ausgesprochenes Gesetz, dessen Sinn nicht zweideutig und leicht zu fassen ist, von allen verstanden wird. Was für ein Unterschied liegt für die Masse, das heißt für die zahlreichste und der Vorschriften bedürftigste Klasse. Was für ein Unterschied liegt für diese darin, ob es keine Gesetze gibt oder ob die vorhandenen Gesetze so dunkel und verworren sind, dass man, um eine wahre Bedeutung herauszubekommen, ungewöhnlichen Scharfsinn besitzen und lange Untersuchungen und Studien gemacht haben müsste. Die Urteilskraft des gemeinen Mannes ist nicht metaphysisch genug, um in solche Tiefen einzudringen. Überdies würde ein Leben, welches die unerführlichen Arbeiten um das tägliche Brot in Anspruch nehmen, dazu nicht genügen. Die benachbarten Völker beneiden diese glückliche Insel um ihre Regierung. Sie fühlen sich durch die Weisheit ihrer Einrichtungen und die Tugenden ihrer Einwohner mächtig angezogen. Die freien Nationen und diejenigen, welche sich durch sich selbst regieren, viele unter ihnen sind einst durch die Utopia von der Tyrannei befreit worden, kommen nach Utopia, um sich dort auf ein oder fünf Jahre ihrer Obrigkeiten zu erbitten. Nach Ablauf ihrer Amtsführung kehren diese entlehnten Obrigkeiten mit allen Ehren, die sie verdienen, in ihr Land zurück und andere reisen ab, um sie zu ersetzen. Es ist gewiss, dass die Völker, welche so handeln, ihre eigenen Interessen dadurch am meisten befördern, denn das Heil oder der Untergang eines Reichs hängt von den Sitten derjenigen ab, die es verwalten. Nun bieten aber unsere Insulaner der Wahl derjenigen, die sie zu ihren Oberhäuptern wählen, die besten Garantien politischer Tüchtigkeit. Der Utopia wird sich durch den Köder des Reichtums nicht bestechen lassen, so glänzend dieser auch sein mag. Bald wird er nicht den geringsten Nutzen mehr davon haben, da er nach wenigen Jahren oder Monaten in sein Vaterland zurückkehren muss. Er wird sich ferner weder durch Liebe noch durch Hass bestimmen lassen, weil er seinen Untertanen durchaus unbekannt ist. Unglücklich das Land, in dem auf dem Richterstuhl der Geiz und Privatrücksichten herrschen. Um die Gerechtigkeit, diese feinste Stütze der Staaten, ist es dort geschehen. Die utopische Republik betrachtet diejenigen Völker, die bei ihr ihre Obrigkeiten suchen, als Verbündete und diejenigen, die irgendeine Verbindlichkeit gegen sie haben, als Freunde. Was die Verträge betrifft, welche die übrigen Nationen so oft abschließen, um sie zu brechen und später wieder zu erneuern, so schließt jene niemals einen solchen. Wozu dienen die Verträge? Fragen die Utopia. Hat nicht die Natur durch hinlänglich feste Bande den Menschen an den Menschen gekettet? Würde derjenige, welcher diese starken und heiligen Bande verachtet, ein Gewissensbissen leiden, wenn er einen schriftlichen Vertrag verletzte? Was ihn dieser Meinung bestärkt, ist der Umstand, dass in den Ländern jener neuen Welt die unter Fürsten geschlossenen Übereinkünfte treulich gehalten werden. In Europa und vorzüglich in denjenigen Ländern, wo der Glaube und die Religion Christi herrschen, ist die Majestät der Verträge überall heilig und unverletzlich. Dieses hat seinen Grund teils in der Gerechtigkeit und Bravheit der Monarchen, teils in der Furcht und Achtung, welche ihnen die hohe Geistlichkeit einflößt. Denn die Päpste machen sich zu nichts verbindlich, das sie nicht gewissenhaft ausführten. Und daher nötigen sie auch die übrigen Souveräne zur treulichen Erfüllung ihrer Versprechen, indem sie Bann und Kirchenstrafe anwenden, um dadurch die sich Weigenden zu zwingen. Die Päpste glauben mit Recht, dass es für die Christenheit schimpflich sei, diejenigen ihren eigenen Übereinkünften untreu zu sehen, die sich vor allem des Namens der Getreuen anrühmen. In jener neuen Welt aber, die von der unsrigen weniger noch durch den Äquator als durch die Gebräuche und Sitten geschieden ist, schenkt man den Verträgen nicht das mindeste Vertrauen. Ein schneller Bruch folgt in der Regel den feierlichsten Friedensversicherungen, auch wenn diese die Weihe der heiligsten Zeremonien erhalten haben. Denn es ist sehr leicht, in den Texte eines Bündnisses Stoff zur Schikane aufzufinden, denn die Unterhändler schieben absichtlich feine Zweideutigkeiten ein, damit der Fürst niemals völlig gebunden sein und immer einen geheimen Ausweg finden möge, um dadurch seinen Verbindlichkeiten zu entgehen. Und wenn gleichwohl der Minister, der sich einen Ruhm daraus macht, in solcher Weise die Verhandlungen auf Rechnung seines Gebieters zu verfälschen, ähnliche Schlauheiten oder vielmehr Schelmenstreiche in einem Kontakt unter einfachen Privatleuten entdeckte, so würde dieser nämliche Diplomat auf der Höhe seiner Rechtsschaffenheit die Stirn runzeln und den Betrug gleich einem Freyfel bestrafen, welcher den Strang verdiente. Sollte man demzufolge nicht meinen, die Gerechtigkeit sei eine gemeine und niedrig stehende Tugend, die tief unter dem Thron stehe? Man müsste denn zwei Arten von Gerechtigkeit unterscheiden. Die erste, dem Volke günstig zu Fuß und gesenkten Hauptes in enge Grenzen eingeschlossen, die sie nicht überspringen darf, durch zahlreiche Bande beschränkt. Die andere zum Gebrauch der Könige, unendlich angesehener und erhabener als die Gerechtigkeit im Volk, unendlich freier, welche es nicht verboten ist, zu tun, was sie eben will. Ich bin geneigt, die Treulosigkeit der Fürsten in diesen entlegenen Ländern für die Ursache zu halten, welche die Utopia bestimmt, keine Art diplomatische Übereinkünfte einzugehen. In Europa würden sie vielleicht ihre Ansichten ändern. Im Allgemeinen aber betrachten sie die Einführung der Verträge selbst dann noch als ein Übel, wenn sie gewissenhaft beachtet werden. Dieser Gebrauch gewöhnt die Menschen, sich wechselseitig für Feinde zu halten, geboren, um sich unaufhörlich zu bekriegen und sich einander in Abwesenheit eines Friedensvertrages rechtmäßig zu vernichten, wie wenn kein natürliches Band unter zwei Nationen mehr bestünde, sobald ein Hügel oder ein Wald sie trennt. Wenn die Bündnisse wenigstens die Freundschaft der Verbündeten sichern würden, aber nie entfernen sie jede Veranlassung zum Bruch, folglich zu Raub und Krieg, und zwar wegen der Unbedachtsamkeit der Diplomaten, welche die Artikel aufstellen. Selten umfassen die Bevollmächtigten in ihren Verboten und Dekreten alle möglichen Fälle, selten sprechen sie dieselben in einer durchaus deutlichen und genauen Weise aus. Die Utopia haben den Grundsatz, nur denjenigen als fein zu behandeln, der sich der Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit schuldig macht. Die Gemeinschaft ein und derselben Natur scheint ihnen ein festeres Band als alle Verträge. Der Mensch, sagen sie, ist dem Menschen tiefer und fester durch das Herz und die Menschenliebe verbunden, als durch Worte und Formulare. Ausschließlich für den Krieg geboren, suchen und ergreifen die Zappoleten begierig jede Gelegenheit, die sich für einen solchen darbietet. Zu Tausenden steigen sie dann von ihren Gebirgen herab und verkaufen ihre Dienste um einen niedrigen Preis an die erstbeste Nation, die deren Bedarf. Das einzige Handwerk, welches sie verstehen, ist ein todbringendes. Aber sie schlagen sich tapfer und mit unbestechlicher Treue im Dienst derjenigen, die sie angeworben haben. Niemals machen sie sich für einen gewissen Zeitraum verbindlich, sondern immer nur unter der Bedingung, am nächsten Tag zum Feind überzulaufen, wenn dieser Feind ihnen mehr bietet, und später wieder unter die Fahnen zurückzukehren, sobald sie dort eine leichte Erhöhung des Soldes finden. Selten entsteht in diesen Ländern ein Krieg, in welchem nicht auf beiden Seiten Zappoleten kämpfen. So sieht man täglich sehr nahe Verwandte, Freunde, die, während sie derselben Sache dienten, eng miteinander verbunden waren, später mit der ärgsten Erbitterung gegeneinander kämpfen, sobald der Zufall sie trennt und in den Reihen zweier feindlicher Parteien bringt. Sie vergessen Familie und Freundschaft, sie töten einander in schrecklicher Wut, und zwar aus dem Grund, weil zwei feindliche Herrscher ihnen ihr Blut und ihrer Wut mit einigen Stücken geringer Münzen bezahlen. Die Geldgier ist bei ihnen so arg, dass ein Su über ihren täglichen Sold hinreicht, sie ihre Fahne wechseln zu lassen. Diese Gier ist in ungezügelte Habsucht ausgeartet, die gleichwohl ohne Nutzen für sie ist, denn was der Zappolet mit seinem Blut gewinnt, verschwendet er durch Ausschweifungen, und zwar durch Ausschweifungen der edelsten Art. Dieses Volk führt den Krieg für die Utopia gegen alle Welt, weil sie nirgendwo anders bessere Bezahlung finden. Die Utopia ihrerseits, welche die braven Männer aufsuchen, um sie nach Umständen zu benutzen, werben sehr gern diese ehrlose Soldateska an, um sie zu missbrauchen und gänzlich zu vernichten. Wenn sie daher der Zappoleten bedürften, suchen sie diese durch glänzende Versprechungen zu verlocken und stellen sie später an den gefährlichsten Posten auf. Der größte Teil derselben kommt um und kehrt niemals zurück, um das ihnen Versprochene einzufordern. Die Überlebenden aber empfangen pünktlich den festgesetzten Preis, und diese strenge Pünktlichkeit in Wohlerhalten ermutigt sie, der Gefahr später mit derselben Kühnheit zu trotzen. Die Utopia kümmern sich sehr wenig darum, ob sie eine große Zahl dieser Lohnsoldaten verlieren. Sie sind überzeugt, sich ein großes Verdienst um die Menschheit zu erwerben, wenn sie die Erde der einst von diesem ehrlosen Räuberstamm reinigen können. Außer den Zappoleten verwenden die Utopia in Kriegszeiten auch noch die Truppen der Staaten, deren Verteidigung sie übernehmen, sodann die Hilfslegionen ihrer übrigen Verbündeten sowie zuletzt ihre eigenen Mitbürger, unter welchen sie einen talentvollen und beherzten Mann auswählen, um ihn an die Spitze der ganzen Armee zu stellen. Dieser Obergeneral hat zwei Leutnants unter sich, die nicht den geringsten Einfluss haben, solange jener das Kommando führen kann. Unmittelbar nach dem Tod oder der Gefangennahme des Generals aber tritt einer dieser beiden Leutnants wie aus Erbrecht an dessen Stelle. Dieser wiederum wird seinerseits, wenn die Reihe nach ihm kommt, durch einen Dritten ersetzt. Demzufolge können die persönlichen Gefahren des Generals, der wie jeder andere allen Zufällen des Krieges ausgesetzt ist, das Wohl der Armee niemals gefährden. Jede Stadt wirbt und übt ihre Truppen aus der Zahl derjenigen, die sich freiwillig stellen. Niemand wird wider seinen Willen zum Dienst für entfernte Expeditionen gezwungen. Und zwar aus dem Grund, weil ein von Natur aus furchtsamer Soldat, statt sich tapfer zu zeigen, seine Kameraden durch die eigene Feigheit nur anstecken würde. Nichtsdestoweniger benutzt man bei feindlichen Einfällen und inneren Kriegen alle kräftigen und gesunden Feiglinge, indem man sie teils unter die besseren Soldaten an Bord der Kriegsschiffe steckt, teils aber auf die Festungen verteilt. Dort ist ein Rückzug nicht zu denken, der Feind steht unmittelbar vor ihnen, die Flucht ist unmöglich und die Kameraden wachen. Diese gefahrvolle Stellung dämpft die Todesfurcht und oft macht eine auf die Spitze getriebene Gefahr aus dem Feigsten einen Löwen. Wenn das Gesetz niemanden zwingt, gegen seine Neigung an die Grenze zu rücken, so erlaubt es dagegen den Frauen, die dies wünschen, ihren Männern in die Armee zu folgen. Statt ihnen Hindernisse entgegenzusetzen, muntert man sie kräftig dazu auf und ein solcher Schritt gereicht ihnen zu großer Ehre. Während des Kampfes werden die Gatten an ein und denselben Posten gestellt, umgeben von ihren Söhnen und Nächstenverwandten, damit diejenigen sich schnell zur Hilfe eilen, die von Natur aus geneigt sind, sich einander auf das Eifrigste beizustehen. Schande und Entehrung erwarten den Gatten, welcher ohne seine Frau den Sohn, welcher ohne seinen Vater heimkehrt. Wenn daher die Utopia notwendig handgemein werden müssen und der Feind widersteht, verbreitet ein langer und schrecklicher Kampf Blut und Tod. Sie suchen nach allen Kräften, nicht sich selbst dem Kampf auszusetzen und den Krieg vermittels der Hilfstruppen zu beenden, die sie in ihrem Sollte halten. Wenn sie aber schlechterdings gezwungen sind, handgemein zu werden, so erscheint ihre Unerschrockenheit im Kampf nicht geringer als die Klugheit, solange es möglich war, zu vermeiden suchten. Im ersten Angriff verwenden sie nicht ihren ganzen Eifer. Der Widerstand und die Länge einer Schlacht erhöhen allmählich ihren Mut bis zu einem Grad, dass man sie eher töten müsste, als sie in die Flucht treiben zu können. Was ihnen diese außerordentliche Tapferkeit des Todes und des Sieges einflößt, ist die Gewissheit, daheim immer so viel zu finden, dass sie bequem leben können. Außerdem dürfen sie sich keine Unruhe über das Los ihrer Familie machen. Eine Unruhe, die überall anderswo die größten Seelen lähmt. Was ihre Sicherheit noch vermehrt, ist ihre ungemeine Geschicklichkeit in der militärischen Taktik, so dann aber und hauptsächlich die ausgezeichnete Erziehung, die sie in den Schulen und Einrichtungen des Staates von Kind auf genießen. Frühzeitig lernen sie, das Leben nicht genug zu verachten, um es unbedachtsamerweise zu verschwenden, dasselbe aber auch nicht genug zu lieben, um es mit entehrendem Geiz zu schonen, wenn die Ehre will, dass man es preisgebe. In der größten Hitze des Kampfes verfolgt ein Trupp auserlesener Leute, die sich durch einen Eid dem Tod gewidmet, den General der feindlichen Armee bis aufs Äußerste. Sie greifen ihn entweder durch List oder im offenen Kampf von nah oder von fern an. Dieser kleine Trupp, ein langes Dreieck bildend, kennt weder Ruhe noch Rast. Man erneuert ihn unaufhörlich mit frischen Leuten, wie die ermüdeten Soldaten ablösen, und selten misslingt es ihm, den feindlichen General zu töten oder gefangen zu nehmen, es sei denn, dass er sich durch die Flucht rettete. Haben die Utopier einmal gesiegt, so metzeln sie die Besiegten nicht unnützerweise nieder. Statt die Flüchtlinge zu töten, nehmen sie dieselben lieber gefangen und niemals verfolgen sie die Letzteren ohne zu gleicher Zeit einen in Schlachtordnung unter ihren Fahnen aufgereihten Rückhalt bereitzuhalten. Mit Ausnahme des Falles, wo die ersten Reihen niedergehauen sind und der Nachtrab den Sieg davonträgt, würden sie lieber alle Feinde entkommen lassen, als ihnen nachlaufen. Denn durch das Letztere wird der Soldat gewöhnt, seine Reihen zu verwirren. Sie erinnern sich, dieser Taktik nicht selten ihr Heil verdankt zu haben. In der Tat stürzt sich der Feind oft, nachdem er die Hauptmasse der Armee völlig in Verwirrung gebracht hat, in Unordnung und trunken von Erfolg auf die Flüchtlinge. Dann konnte ein schwacher Rückhalt, der den rechten Augenblick erfasste, dem Kampf schnell ein anderes Ansehen geben, indem er die Sieger unversehens angriff, während diese sich hier und dorthin zerstreuten und aus allzu großer Sicherheit jede Vorsichtsmaßregel unterließen. So wurde bisweilen der gewisseste Sieg den Händen derjenigen entrissen, die ihn erfochten und besiegten, schlugen nun ihrerseits die Sieger. Es ist schwer zu sagen, ob die Utopia einen Hinterhalt besser aufzustellen oder zu vermeiden wissen. Man sollte glauben, Sie bereiteten sich zur Flucht vor, wenn Sie gerade auf das Gegenteil sinnen. Und hätten Sie umgekehrt die Absicht zu fliehen, so würde man dies nicht erraten können. Wenn Sie sich in Rücksicht auf Stellung und Zahl zu schwach fühlen, brechen Sie nachts in tiefem Schweigen auf oder Sie wenden die Gefahr wohl auch durch eine andere Kriegslist ab. Bisweilen ziehen Sie sich am hellen Tag zurück, jedoch in so guter Ordnung, dass es nicht minder gefährlich ist. Sie während eines solchen Rückzugs anzugreifen, als wenn Sie selbst die Schlacht antrieben. Besonders tragen Sie Sorge, Ihr Lager durch breite und tiefe Gräben zu befestigen. Die ausgegrabene Erde wird in das Innere geschafft. Diese Arbeiten verrichten keine Tagelöhner, sondern die Soldaten selbst. Die ganze Armee wird dabei beschäftigt, ausgenommen die Schildwachen, die bewaffnet um das Lager herum aufgestellt sind, um eine mögliche Überrumpelung zu vereiteln. Durch dieses Mittel und durch die Anwendung so vieler Arbeiter sieht man hurtig und in Sicherheit kräftige Schutzwehren erstehen, die einen bedeutenden Raum Landes einschließen. Die Schusswaffen der Utopia sind sehr massiv und dennoch für jede Art von Bewegung und Handhabung so gut geeignet, dass sie den Soldaten selbst am Schwimmen nicht hindern. Eine der ersten militärischen Übungen, in welchen man den utopischen Soldaten unterrichtet, ist diejenige bewaffnet zu schwimmen. Aus der Ferne kämpfen Sie mit dem Wurfspieß, den Sie kräftig und mit sicherer Hand abschleudern, Reiter ebenso wie Fußgänger. Und aus der Nähe schlagen Sie, statt sich der Säbel zu bedienen, mit Streitechsten, deren Schneide oder Gewicht den unvermeidlichen Tod geben, wie der Hieb auch gerichtet sein mochte. Einen ganz besonderen Scharfsinn zeigen Sie in der Erfindung von Kriegsmaschinen. Und die neuen Maschinen bleiben sorgfältig bis zu demselben Augenblick ein Geheimnis, wo man von ihnen Gebrauch machen will. Denn man fürchtet, dass sie, wenn sie vorher bekannt würden, eher ein lächerliches Spielzeug als ein Gegenstand von wirklichem Nutzen werden könnten. Worauf man bei ihrer Verfertigung am meisten sieht, ist die Leichtigkeit des Transports und die Tauglichkeit zu beliebigem Gebrauch. Die Utopier betrachten die mit dem Feind geschlossenen Waffenstillstände so gewissenhaft, dass sie dieselben sogar im Fall der Ausforderung nicht verletzen. Die Felder des eroberten Landes verwüsten sie nicht, die Ernten verbrennen sie nicht, ja, sie verhindern sogar, solange es ihnen möglich ist, dass dieselben vom Fußvolk und der Reiterei zertreten werden, da sie derselben einst bedürfen könnten. Nie misshandeln sie einen Wehrlosen, es sei denn, er ist ein Spion. Sie schonen die Städte, welche sich ergeben, und überlassen diejenigen nicht der Plünderung, die sie mit Sturm nehmen. Sie töten nur die vornehmsten Anführer, welche die Übergabe des Platzes verzögerten. Die übrigen, welche die Belagerung aufhielten, verurteilen sie zur Sklaverei. Was die indifferente und ruhige Masse betrifft, so erleidet sie nicht die mindeste Härte. Wenn sie erfahren, dass einer oder mehrere von den Belagerten zur Übergabe geraten haben, so geben sie ihnen einen Teil von den Gütern der Verurteilten. Der andere Teil ist für die Hilfstruppen. Sie selbst nehmen von der Beute nichts. Nach Beendigung des Krieges müssen nicht die Verbündeten, zu deren Gunsten dieser Krieg unternommen war, sondern die Besiegten die Kosten desselben tragen. Kraft dieses Grundsatzes fordern die Utopia zuerst Geld, welches sie im Fall eines künftigen Krieges zu Gebräuchen verwenden, die sie bereits kennen. Sowie zweitens die Abtretung weitläufiger Domänen, die auf dem eroberten Grundgebiet liegen und im Staat bedeutende Revenuen sichern. Gegenwärtig besitzt dieser Staat in mehreren fremden Ländern unermessliche Revenuen jener Art, die nach und nach aus verschiedenen Ursachen entstanden und jährlich mehr als 700.000 Dukaten abwerfen. Auf diese Besitztümer schickt der Staat Bürger, die den Titel Questoren führen. Diese leben auf großem Fuße, führen ein bedeutendes Gefolge und lassen dem Staatsschatz dennoch ansehnliche Summen zufließen. Oft leihen die Utopia das Ergebnis dieser Besitzungen auch dem Volk des Landes, wo jene sich befinden, bis die Notwendigkeit des Gebrauchs für sie selbst eintritt. Selten fordern sie die gänzliche Zahlung auf einmal. Ein Teil dieser Domänen fällt denjenigen zu, die der Verlockung nachgaben und den Gefahren trotzen, wovon ich ihnen schon erzählt habe. Sobald ein Fürst gegen Utopia die Waffen ergriffen hat und sich rüstet, ein unter der Herrschaft der Insel stehendes Land zu überfallen, sammeln sie sogleich eine furchtbare Armee und schicken dieselbe zum Angriff des Feindes über die Grenzen. Nur im äußersten Notfall führen die Insulaner den Krieg innerhalb und keine Macht der Welt kann sie dazu zwingen, fremde Hilfstruppen die Insel betreten zu lassen. Von den Religionen Utopias Die Religionen sind in Utopia nicht allein in den verschiedenen Provinzen unterschiedlich, sondern selbst innerhalb der Mauern jeder einzelnen Stadt. Diese verehren die Sonne, jene den Mond oder jeden anderen Stern. Einige beten einen Menschen als oberste Gottheit an, dessen Ruhm und Tugend einst nicht ihresgleichen hatten. Der größte Teil der Einwohner, welcher zugleich der vernünftigste ist, verwirft jedoch diese Götzendienereien und glaubt an einen einzigen, ewigen, unermesslichen, unbekannten, unerklärlichen, über alle Begriffe des menschlichen Geistes erhabenen Gott, der mit seiner Allmacht und nicht nach seiner körperlichen Ausdehnung die Welt ausfülle. Diesen Gott nennen sie Vater. Ihm schreiben sie den Ursprung, das Wachstum, die Fortschritte, die Umgestaltungen und das Ende aller Dinge zu. Ihm allein erweisen sie göttliche Ehren. Übrigens kommen, trotz der Verschiedenheit ihrer Glaubensansichten, alle Utopia darin überein, dass zugleich als Schöpfer und Vorsehung ein höchstes Wesen existiere. Dieses Wesen wird in der Landessprache mit dem gemeinschaftlichen Namen Mythra bezeichnet. Die Spaltungen haben ihren Grund darin, dass Mythra nicht für alle dasselbe ist. Welches aber auch die Form sei, in welcher jeder seinen Gott anbetet, jeder verehrt unter dieser Form die Majestät und mächtige Natur, welche nach der allgemeinen Übereinstimmung der Völker die unumschränkte Herrschaft über alle Dinge zugeschrieben ist. Jede Verschiedenheit aber gläubischer Meinungen beginnt mit jeden Tag abzunehmen und sich in eine einzige Religion aufzulösen, die viel vernünftiger erscheint. Es ist sogar wahrscheinlich, dass diese Umschmelzung ohne die vorhergesehenen und persönlichen Unglücksfälle, die der Bekehrung einer großen Anzahl feindlich in den Weg traten, schon stattgefunden haben würde. Statt die Ereignisse dieser Art dem Zufall zuzuschreiben, erklären mehrere dieselben in ihrem abergläubischen Schrecken als eine Wirkung des himmlischen Zorns, als eine Rache, welche die Gottheit, in deren Verehrung sie lässig zu werden begannen, für ihre Abtrünnigkeit genommen hat. Als sie aber von uns den Namen Christi, seine Lehre, sein Leben, seine Wunder, die außerordentliche Standhaftigkeit unter so vielen Martern erfahren hatten und wie das freiwillig vergossene Blut des Heilands die meisten Nationen der Erde dem Gesetz des Evangeliums unterworfen habe, sie können sich kaum einen Begriff davon machen, wie sehr sie sich durch diese Offenbarung angezogen fühlten. Vielleicht war Gott insgeheim in ihrer Seele tätig, vielleicht schien ihnen die christliche Religion dem Glauben zu entsprechen, der sich bei ihnen der größten Gunst erfreut. Was am meisten dazu beitrug, ihnen diese glückliche Empfänglichkeit einzuflösen, war meiner Meinung nach die Erzählung von dem gemeinschaftlichen Leben der ersten Apostel, welche Jesus Christus so sehr empfahl und das noch gegenwärtig in den Gesellschaften wahrer und vollkommener Christen üblich ist. Wie dem nun auch sei, viele unter ihnen entschieden sich für unsere Religion und wurden durch das heilige Wasser der Taufe geläutert. Leider befand sich unter uns vieren, der Tod zweier unserer Gefährten hatte uns auf diese Zahl herabgebracht, kein einziger Priester. Sie konnten daher, obgleich sie in den übrigen Lehren eingeweiht waren, die Sakramente, welche bei uns nur die Priester erteilen dürfen, nicht empfangen. Gleichwohl haben sie eine sehr genaue Vorstellung von jenen Sakramenten, die sie sogar in einem solchen Maße wünschen, dass ich sie äußerst eifrig die Frage verhandeln hörte, ob ein von ihnen erwählter Bürger nicht den Charakter eines Priesters erhalten könnte. Bei meiner Abreise hatten sie noch niemanden gewählt, schienen jedoch zu diesem Schritt entschlossen. Die Einwohner der Insel, die nicht an die christliche Religion glauben, stellen sich keineswegs ihrer Verbreitung entgegen und misshandeln die Neubelehrten in keiner Weise. Ein einziger von den Letzten wurde in meiner Gegenwart arretiert. Kürzlich getauft predigte er trotz unseres Abratens mit mehr Eifer als Klugheit. Leidenschaftlich hingerissen begnügte er sich nicht damit, die christliche Religion in den ersten Rang zu erheben, er verdammte auch ohne weiteres alle übrigen. Er eiferte gegen ihre Lehren, die er profan schallt, gegen die Anhänger anderer Sekten, die er als Ruchlose und der höllwürdige Götteslästerer verfluchte. Diese Neubekehrte wurde, nachdem er lange in solchem Ton deklamiert hatte, festgenommen, und zwar nicht aus dem Grund, weil er die Arten der Gottesverehrung angegriffen, sondern weil er eine Bewegung unter dem Volk veranlasst hatte. Er wurde vor den Richterstuhl gestellt und später zum Exil verurteilt. Zu der Zahl ihrer ältesten Einrichtungen zählen die Utopia das Verbot, niemanden seiner Religion halber zu beleidigen. Utopos hatte zur Zeit der Gründung des Reichs erfahren, dass die Eingeborenen vor seiner Ankunft unaufhörlich in einem Religionskrieg begriffen gewesen waren. Auch hatte er bemerkt, dass dieser Zustand des Landes in der Eroberung desselben bedeutend erleichtert hatte, weil die feindlichen Seelen, statt sich zur Masse zu vereinigen, isoliert und einzeln kämpften. Sobald er Sieger und Herr war, beeilte er sich, völlige Religionsfreiheit auszuschreiben. Jedoch verbot er keineswegs den proselytischen Eifer, der den Glauben durch Beweisgründe mit Milde und Bescheidenheit verbreitet, der andere Religionen nicht durch rohe Gewalt zu vernichten sucht, wenn ihm die Belehrung nicht gelingt, der endlich weder Gewalttätigkeit noch Beleidigungen anwendet. Unerduldsamkeit und Fanatismus wurden jedoch mit Verbannung oder Sklaverei bestraft. Indem Utopos die Religionsfreiheit vorschrieb, hatte er dabei nur die Aufrechterhaltung des Friedens im Auge, welchen noch neulich unerführliche Kämpfe und unversöhnlicher Hass gestört hatten. Ferner schien ihm das Interesse der Religion selbst, eine solche Maßregel zu verlangen. Niemals wagte er in Glaubensangelegenheiten verwegenerweise etwas festzustellen, denn er war ungewiss, ob nicht Gott selbst den Menschen einen verschiedenen Glauben einstoßen würde, gleichsam um jene große Menge religiöser Verehrungsformen zu prüfen. Was die Anwendung von Gewalttätigkeiten und Drohungen betrifft, um jemanden zu einem anderen Glauben zu zwingen, so schien ihm dies ebenso tyrannisch als abgeschmackt. Er sah voraus, dass wenn alle Religionen mit Ausnahme einer einzigen falsch waren, die Zeit kommen würde, wo die Wahrheit von selbst, mit Hilfe der Milde und der Vernunft, leuchtend und triumphierend aus der Nacht des Irrtums emporsteigen würde. Wenn im Gegenteil förmlich mit bewaffneter Hand gestritten wird, so wird da die schlechtesten Menschen, die eigensinnigsten sind, die bessere und heiligere Religion endlich unter einer Menge von abergläubischen Meinungen begraben werden, wie eine schöne Ernte unter Dornen und Gesträuch. Deshalb ließ Utopos jedem völlige Denk und Glaubensfreiheit. Nichtsdestoweniger straft er im Namen der Moral ernstlich den Menschen, welcher die Würde seiner Natur bis zu der Annahme erniedrigt, dass die Seele zugleich mit dem Körper sterbe oder dass die Welt dem Zufall unterworfen sei und dass es keine Vorsehung gebe. Die Utopier glauben daher an ein zukünftiges Leben, wo das Verbrechen bestraft und die Tugend belohnt werde. Demjenigen geben sie nicht den Namen des Menschen, welche jene Wahrheiten leugnet und das erhabene Wesen seiner Seele dem niedrigen Zustand eines tierischen Körpers gleichstellt. Mit dem größten Recht versagen sie ihm die Ehre des Bürgertitels, überzeugt, dass er, ließ er sich nicht durch die Furcht bestimmen, die Sitten und gesellschaftlichen Einrichtungen wie Schneeflocken mit Füßen treten würde. Wer mag in der Tat bezweifeln, dass ein Individuum, dessen einziger Zügel das peinliche Gesetz und dessen einzige Hoffnung die Materie und das Nichts bildet, sich ein Vergnügen daraus machen werde, gewandt und insgeheim die Gesetze seines Landes zu umgehen oder somit Gewalt zu verletzen, sobald er dadurch seinen Neigungen und seinem Egoismus frönen kann. Diesen Materialisten erzeigt man nicht die mindeste Ehre, man vertraut ihnen kein Amt, keine öffentlichen Funktionen an. Man verachtet sie als Wesen niedriger und unmächtiger Art. Übrigens verurteilt man sie in der Überzeugung, dass niemandes Glaube von seinem Willen abhänge zu keiner Art von Strafe. Ebenso wenig wendet man Drohungen an, um sie zur Verstellung ihrer Meinungen zu nötigen. Die Verstellung ist in Utopia verpönt und die Lüge als eine sehr nahe Verwandte des Betrugs ein Gräuel. Man hat ihnen lediglich verboten, ihre Grundsätze öffentlich vor dem Volk auszusprechen. Im Besonderen aber mit den Priestern und anderen denkenden Personen ist es ihnen erlaubt. Ja, man fordert sie in der Hoffnung, dass ihre wahnsinnigen Ansichten endlich der Vernunft weichen werden, sogar zu Besprechungen dieser Art auf. Eine große Anzahl von Utopien bekennt sich zu einem System, welches dem Materialismus in gerader Richtung entgegenläuft. Und da ihre Meinungen nicht gefährlich, sondern durchaus bar jeden gesunden Verstandes sind, verhindert man deren Verbreitung nicht. Die Letzteren, in den entgegengesetzten Irrtum verfallend, halten die Seelen der Tiere so gut wie die Unsrigen für unsterblich, obgleich dieselben in der zweifachen Rücksicht der Fähigkeiten und des ihnen bestimmten Glückes den menschlichen Seelen nachstehen. Alle Utopier, eine sehr geringe Zahl abgerechnet, hegen die tiefe Überzeugung, dass den Menschen jenseits des Grabes eine unaussprechliche Glückseligkeit erwarte. Aus diesem Grund betrauen sie nur die Kranken, niemals die Toten. Ausgenommen der Fall, wo der Sterbende das Leben unruhig und ungern verlässt. Die Furcht vor dem Tod halten sie für ein schlimmes Zeichen, es scheint ihnen, dass nur hoffnungslose Seelen mit beflecktem Bewusstsein vor der Ewigkeit erzittern können, wie wenn sie ihre Strafe schon herannahen sehen. Außerdem nimmt Gott ihrer Meinung nach nur ungern einen Menschen auf, der seine Stimme nicht mit fröhlichem Herzen folgt, sondern welchen der Tod widerspenstig und unwillig in seine Nähe führt. Diejenigen, welche jemanden auf solche Weise sterben sehen, hegen Abscheu vor demselben. Traurig und schweigend führen sie den Leichnam davon und begraben ihn erst, nachdem sie die göttliche Barmherzigkeit darum angefläht haben, ihm seine Fehler zu verzeihen. Niemand beklagt dagegen einen Bürger, der guten Mutes und voll von Hoffnung zu sterben weiß. Freudensgesänge begleiten sein Leichenbegräbnis, eifrig empfiehlt man seine Seele Gott und verbrennt dann seinen Körper mit achtungsvollem Ernst, aber ohne Traurigkeit. Über der Grabstätte erhebt sich eine Säule, in welche die Titel des Verstorbenen eingegraben werden. Sobald seine Freunde wieder daheim sind, unterhalten sie sich über seine Handlungen und Sitten. Und was sie einander besonders gern und am häufigsten erzählen, ist die Geschichte seines rühmlichen Hinscheidens. Diese dem Gedächtnis braver Menschen dargebrachten Ehrenbezeugungen bilden in den Augen unserer Insulaner eine kräftige Ermutigung zur Tugend und überdies einen den Toten äußerst angenehmen Zoll der Verehrung. Denn nach der Meinung der meisten Utopier sind die Toten, obgleich den kurzsichtigen Sterblichen unsichtbar, bei den Unterhaltungen der Lebenden gegenwärtig. Es würde sich schlecht mit dem Zustand glückseliger vereinbaren, stände es ihnen nicht frei, sich zu begeben, wohin es ihnen gut dünkt und man könnte sie ohne Unrecht zu sein der Undankbarkeit beschuldigen, wünschten sie nicht lebhaft, ihre Freunde wiederzusehen, die auf der Erde wieder durch die Bande der Liebe und der gegenseitigen Zuneigung verbunden gewesen sind. Dem jedoch kann nicht so sein, weil Liebe und Freundschaft statt nach dem Tode zu erlöschen, allem Vermuten nach im Herzen der Auserwählten, gleich allen anderen vortrefflichen Eigenschaften nur wachsen können. Demzufolge mischen sich die Toten nach der Meinung der Utopia in die Gesellschaft der Lebenden und sind Zeugen ihrer Handlungen und Gespräche. Dieser Glaube an die Gegenwart der Vorfahren flößt dem Volk ungemeines Vertrauen in ihre Unternehmungen ein, denn er sichert denselben die Hilfe und Unterstützung mächtiger Beschützer. Überdies verhindert er eine Menge heimlicher Verbrechen. Was die Vorbedeutungen und andere abergläubische Mittel zur Entschleierung der Zukunft betrifft, von welchen die übrigen Völker so häufig Gebrauch machen, so verwerfen unsere Insulaner dieselben und machen sich über sie lustig. Sie verehren die Wunder, die sich ohne Einfluss der Naturgesetze ereignen, indem sie dieselben als Zeugnisse von der Gegenwart der Gottheit betrachten. Sie versichern sogar, dass in ihrem Land mehrere Wunder stattgefunden haben und dass oft mitten unter drohenden Gefahren die öffentlichen Gebete und ein starker Glaube Wunder bewirkten, wodurch das Reich gerettet wurde. Sie halten die Betrachtung des Universums und das Lob, welches man dem Urheber der Schöpfung zollt, für eine gottgefällige Verehrung. Indessen befindet sich unter ihnen eine zahlreiche Klasse von Bürgern, welche aus religiösen Ansichten die Wissenschaft vernachlässigen, alle Forschung verschmähen und jeder Art von Betrachtung und Vergnügen entsagen. Diese Menschen suchen den Himmel einzig und allein durch ein tätiges Leben und gute Werke an ihrem Nächsten zu verdienen. Die einen pflegen die Kranken, die anderen bessern die Wege und Brücken aus, säubern die Kanäle, ebnen den Boden, reinigen die Straßen von Steinen und Sand, fällen und beschneiden die Bäume und bringen auf Zugkarren, Holz, Korn, Früchte und die übrigen Erzeugnisse des Landes in die Städte. Sie arbeiten nicht allein für die Öffentlichkeit, sondern sie stellen sich auch in den Dienst von Privatpersonen wie einfaches Gesinde und zeigen sich gehorsamer und eifriger als Sklaven. Sie übernehmen freiwillig und mit Vergnügen die schmutzigsten Verrichtungen, die unangenehmsten und schwierigsten Arbeiten, vor welchen die Mühe, der Ekel und der Kleinmut die meisten Menschen zurückschrecken lassen. Ohne Unterlass widmen sie sich der Arbeit und Beschwerde, um anderen Ruhe und Bequemlichkeit zu verschaffen und für alles dieses verlangen sie nicht den geringsten Dank. Das Leben anderer tadeln sie nicht, nie rühmen sie sich des Guten, das sie tun. Je mehr sie sich erniedrigen und dem Sklaven gleichstellen, umso höher steigen sie in der öffentlichen Achtung. Die sich aufopfernde Menschenklasse teilt sich in zwei Sekten. Die eine entsagt der Ehe. Sie enthält sich nicht allein des Umgangs mit den Frauen, sondern verwirft auch den Genuss des Fleisches und einige derselben sogar denjenigen der Speisen von allen Tierarten ohne Ausnahme. Sie verzichtet auf alle Vergnügen dieses Lebens, die sie für Gefahr bringend hält. Sie strebt nur dahin, durch Wachen und mühselige Arbeit die Freuden des zukünftigen Lebens zu verdienen. Die Hoffnung dieser Freuden bald teilhaftig zu werden, macht sie flink und stark. Die andere, nicht weniger arbeitslustig, zieht den Stand der Ehe vor, dessen Pflichten und Annehmlichkeiten sie anzieht. Sie glaubt der Natur, sich selbst und dem Vaterland Kinder schuldig zu sein. Die Freuden flieht sie nicht, sobald dieselben sie nicht von der Arbeit abhalten. Sie ist das Fleisch der vierfüßigen Tiere, um sich zu stärken und zur Ertragung von Beschwerden fähiger zu machen. Die Utopia halten diese letztere Sekte für klüger und die erstere für frommer. Wenn aber diejenigen, die das Zölibat der Ehe, die Anstrengung der Ruhe vorziehen, diese Lebensweise auf den gesunden Verstand gründen wollten, so würden die Utopia mitleidig darüber lächeln. Jedoch bezeugen sie diesen außergewöhnlichen Menschen gegenüber eine lebhafte Bewunderung und tiefe Achtung, weil die Religion der Beweggrund ihrer Aufopferung ist und weil man sich in Utopia sorgfältig hütet, irgendwie über Religionssachen zu entscheiden. Jene strengen Sektierer nennen sich in der Sprache des Landes Buturesken. Diese Benennung entspricht derjenigen der Mönche. Die utopischen Priester sind Männer von ausgezeichneter Frömmigkeit und ihre Zahl ist deshalb sehr gering, denn in jeder Stadt finden sich deren nur 13 im Dienst einer gleichen Anzahl von Kirchen. Der Fall des Krieges macht jedoch eine Ausnahme. Sieben Priester begleiten als dann die Armee und man ist genötigt, an deren Stadt sieben andere zu ernennen. Die eigentlichen Amtsführer aber übernehmen ihre Funktionen wieder, sobald sie zurückgekehrt sind. Die Kandidaten folgen ihren Vorgängern der Reihe nach, jeweils nachdem die Letzteren gestorben sind. Bis dahin assistieren sie dem Oberpriester. Einen den übrigen Priestern vorgesetzten Oberpriester besitzt jede Stadt. Die Priester wie die übrigen Beamten werden vom Volk, um Intrigen zu vermeiden, in geheime Abstimmung gewählt. Das Priesterkollegium der Stadt weiht die Neuen gewählten. Sie haben bei Religionsverhandlungen den Vorsitz, wachen über Religionen und sind gewissermaßen die Richter der Sitten. Es ist entehrend, von ihnen vorgeladen zu werden, um Vorwürfe zu erhalten. Es gilt dies als ein Zeichen des unordentlichen Lebens. Wenn sie übrigens das Recht der Ermahnung und des Vorwurfs haben, so kommt es dagegen nur dem Fürsten und den Obrigkeiten zu, die Schuldigen festzunehmen und kriminell verfolgen zu lassen. Die Macht des Priesters beschränkt sich darauf, solchen Menschen, die einen anstößigen Lebenswandel führen, den Zugang zu den heiligen Mysterien zu versagen. Es gibt nur wenige Strafen, vor welchen die Utopier sich so sehr fürchten, wie vor dieser Ausschließung. Dieselbe macht sie ehrlos, martert sie mit tausend religiösen Schrecken und lässt sie sogar in Rücksicht auf ihre Personen nicht ruhig. Später lässt der Senat, wenn sie sich nicht beeilen, den Priestern zeichenbarer Reue zu geben, sie festnehmen und die Strafe der Gottlosen über sie verhängen. Die Erziehung der Kindheit und Jugend wird dem Priester anvertraut, der sich hauptsächlich den Unterricht in der Moral und Tugend und zwar eher als denjenigen in den Wissenschaften angelegen sein lässt. Der utopische Lehrer wendet seine ganze Erfahrung und Fähigkeit auf, um in die noch zarte und empfängliche Seele des Kindes die guten Grundsätze zu pflanzen, welche die Schutzwache des Staates bilden. Das Kind, welches den Keim dieser Grundsätze in sich aufgenommen hat, bewahrt dieselben auf seiner ganzen Lebensbahn und wird später ein nützliches Element für die Erhaltung des Staates. Es ist das Laster, welches die Reiche zerfallen lässt und das Laster wird durch schlechte Ansichten erzeugt. Die Priester wählen ihre Frauen sind vom Priestertum nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass sie Witwen und von vorgerücktem Alter sind. Es gibt kein Amt, das mehr in Ansehen steht, als das jenige eines Priesters. Die Verehrung, welche man den Priestern zollt, ist so tiefer Art, dass wenn einer unter ihnen sich einer ehrlosen Handlung schuldig macht, er nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Man überlässt ihnen Gott und seinem Gewissen. Die Utopier halten es nicht für erlaubt, mit sterblicher Hand denjenigen zu berühren, die als ein geheiligtes Opfer, als etwas unverletzliches und abgesondertes Gott geweiht war. Diese Sitte ist umso leichter zu üben, als es nur sehr wenige Priester gibt und diese mit der größten Sorgfalt ausgewählt sind. Es kann sich daher nur äußerst selten ereignen, dass er unter den Guten der Beste war, sich dennoch dem Laster und verderbten Sitten ergeben sollte. Und wenn ein solcher Fall einträte, denn die Natur ist veränderlich und zerbrechlich, so würde die Sicherheit des Staates nie durch eine Anzahl so geringer Klasse sehr gefährdet sein, die nur glänzende Ehren, keineswegs aber Einfluss oder Macht besitzt. Dadurch, dass die Utopia die Zahl der Standes, der gegenwärtig die höchste Achtung genießt, durch die Mitteilung jenes Ansehens an eine große Anzahl von Individuen zu sinken beginnt. Der vornehmste Grund aber ist, dass es ihnen schwer scheint, viele Männer aufzufinden, die tugendhaft genug zur Erfüllung eines Amtes wären, welches eine mehr als gewöhnliche Sittenreinheit erfordert. Die utopischen Priester werden von fremden Nationen nicht weniger geschätzt als von ihren eigenen Mitbürgern. Die Erklärung und Ursache dieser Wahrheit ist folgende. Während der Schlachten halten sich die Priester abseits, wenn auch nicht weit vom Schlachtfeld entfernt. Dort beten sie kniend mit zum Himmel erhobenen Händen und in ihrer geheiligten Kleider gehüllt. Vor allem flehen sie um den Frieden, dann für ihr Land um den Sieg, aber um einen Sieg, der für keinen der beiden Teile blutig werden möge. Wenn ihre Mitbürger siegen, stürzen sie sich in das dichteste Treffen und Gebieten der Niedermetzlung Einheit. Der Unglückliche, der sie nahen sieht und sie ruft, behält sein Leben. Wer ihre langen und wallenden Kleider berühren kann, behält sein Eigentum nebst seinem Leben. Dieser schöne Brauch hat ihrem Charakter so viel wahre Majestät gewonnen, erhaucht den benachbarten Völkern so viel Ehrfurcht vor den Personen derselben ein, dass ihre Dazwischenkunft oft den Utopiern selbst zu nicht geringerem Heil gereicht als den feindlichen Armeen. In der Tat ist der Fall vorgekommen, dass die utopischen Truppen, nachdem sie jede Hoffnung verloren hatten, zurückwichen und förmlich flohen, dass aber in demselben Augenblicke, in dem der Feind sich zum Mord und zur Plünderung auf sie warf, die Vermittlung der Priester jene aufschob und die Kämpfenden trennte, bis es ihr gelang, unter billigen Bedingungen den Frieden zu gewinnen. Niemals hat es in jenen Ländern ein so rohes, so grausames und barbarisches Volk gegeben, dass dasselbe die utopischen Priester nicht als ein unverletzliches und geheiligtes Chor geachtet hätte. Die Utopia feiern an den ersten und letzten Tagen des Monats und des Jahres ein Fest. Sie teilen das Jahr in Mondmonate und messen es nach dem Umlauf der Sonne. Jene ersten und letzten Tage heißen in der utopischen Sprache Enemeren und Trappameren, was ungefähr so viel heißt wie Anfangsfest und Endfest. Man kann in Utopia prachtvolle Tempel von reicher Struktur besuchen, die wegen ihrer Größe eine äußerst zahlreiche Menge fassen können, was aufgrund ihrer geringen Anzahl notwendig war. Das Licht des hellen Tages wird dort zum Halbdunkel. Diese Einrichtung hat ihren Grund nicht in der Unwissenheit der Architekten, sondern sie wurde absichtlich und auf Anraten der Priester getroffen. Denn ein gar zu starkes Licht zerstreut die Gedanken, während eine schwache und zweifelhafte Helle den Geist sammelt und zur tiefsten Erbauung beiträgt. Obwohl die Utopier sich nicht zu derselben Religion bekennen, streben doch alle Verehrungsweisen dieses Landes in ihrer vielfachen Besonderheit auf verschiedenen Wegen zu einem einzigen Ziel. Dieses Ziel ist die Verehrung der göttlichen Natur. Man steht und hört deshalb in den Tempeln nichts, was nicht allen Glaubensarten gemeinschaftlich entspräche. Jeder feiert zu Hause im Kreis seiner Familie die seinem Glauben besonderen Mysterien. Der öffentliche Gottesdienst ist so organisiert, dass er nichts dem häuslichen und besonderen Gottesdienst widerspricht. Man sieht in den Tempeln keine Art von Gottesbildern, damit es jedem freistehe, sich die Gottheit unter derjenigen Form zu denken, die seinem Glauben gemäß ist. Man betet dort niemals anders zu Gott als unter dem Namen Mithra eine Bezeichnung, welche im Allgemeinen das Wesen der göttlichen Majestät ausdrückt, welcher Art dieses Wesen auch sein mag. Alle Gebete sind dort von der Art, dass jeder sie wiederholen kann, ohne gegen seine religiöse Überzeugung zu verstoßen. An den Tagen des Endfestes vereinigt sich das Volk abends und frühmorgens in den Tempeln. Dort dankt es Gott für die anfangwärtige Fest ist. Andern Tags, das heißt am Tag des Anfangs Festes, füllt das Volk schon am frühen Morgen die Tempel und fleht den Himmel um Glück, während des Jahres oder Monats, dessen Einweihung durch dieses Fest gefeiert wird. An den Tagen des Endfestes knien die Frauen, bevor sie zum Tempel gehen, vor ihren Männern, die Kinder zu den Füßen ihrer Eltern. So gestehen sie alle ihre Fehler und Nachlässigkeiten in der Erfüllung ihrer Pflichten. Außerdem bitten sie dieselben um Verzeihung. Mittels dieses Familienbekenntnisses, dieser frommen Genugtuung, werden die Wolken des Hasses, die den häuslichen Frieden verdunkelten, beizerstreut, und alle können als dann mit ruhiger und reiner Seele dem Gottesdienst beiwohnen. Denn den Utopiern würde es Gewissensbisse bereiten, wollten sie dort mit Wenn Zorn oder Reue ihre Brust erfüllte, würden sie es niemals wagen, an der Gottesverehrung teilzunehmen, bevor sie sich nicht ausgesöhnt und von ihren Leidenschaften bereinigt hätten. Sie fürchten, dass Gott für eine solche Sünde schreckliche Rache nehmen könnte. Die Männer befinden sich im Tempel zur rechten, die Frauen zur linken Seite und abgesondert. Die Plätze sind so verteilt, dass die Individuen jedes der beiden Geschlechter jeweils vor dem Vater und der Mutter ihrer Familie sitzen. Diese Anordnung ist getroffen worden, damit die Familienhäupter auswärts das Betragen derjenigen beobachten können, die sie daheim lehren und leiten. Man trägt Sorge, die Jüngeren unter die Älteren zu mischen, damit die Kinder nicht zusammen sein und durch Kinderspiele nicht die Zeit verlieren mögen, während welcher sie sich ganz der Gottesfurcht hingeben sollen. Denn in diesem Alter bildet die Letztere den schärfsten und vielleicht den einzigen Sporn zur Tugend. Die Utopia opfern bei ihren Gottesdiensten keine Tiere. Sie denken, dass der göttlichen Gnade, die den belebten Wesen das Leben gegeben hat, damit sie leben sollen, der Anblick von Blut und Mord nicht angenehm sein könne. Sie verbrennen Weihrauch und andere Parfüms, sowie eine Menge von Wachskerzen. Sie wissen wohl, dass die Gottheit dieser Dinge nicht bedarf, wie sie gleichfalls der Gebete des Menschen nicht bedarf, dennoch bringen sie Gott gern diesen Zoll der Verehrung. Überdies weiß ich kaum zu sagen, wie der Mensch unter dem Einfluss jener Lichter, jener Parfüms, jener Zeremonien von einer heiligen Weihe sich durchrungen fühlt und mit welchem Eifer er sich der Verehrung des Allmächtigen hingibt. Das Volk ist im Tempel in Weiß gekleidet. Der Priester trägt eine Kleidung von verschiedenen Farben, von bewundernswürdiger Arbeit und Form, obgleich der Stoff desselben nicht sehr kostbar ist. Der Priesterrock ist weder mit Gold bestickt noch mit Edelsteinen übersät. Er ist ein Gewebe von Vogelfedern, die mit so viel Kunst und Geschmack geordnet sind, dass der reichste Stoff dieser bewundernswerten Arbeit nachstehen würde. Außerdem bilden die Flügel und Federn, wenn sie der festgesetzten Bestimmung gemäß im Kleid des Priesters geordnet sind, ebenso viele Symbole, welche verborgene Mysterien enthalten. Die Priester bewahren und geben gewissenhaft die Auslegung dieser Symbole, deren Anblick die Utopia unaufhörlich an die Wohltaten Gottes, an die ihm dafür schuldige Dankbarkeit und an die Pflichten erinnert, die sie gegeneinander zu erfüllen haben. Sobald der Priester im Amtskleid am Eingang des Heiligtums erscheint, wirft sich alles mit solcher Achtung und solch tiefem Schweigen zu Boden, dass dieses Schauspiel die Seele mit einer Art von Schauer erfüllt, wie wenn sich ein Gott in dem Tempel zeigte. Nach einigen Augenblicken gibt der Priester ein Zeichen und die ganze Menge erhebt sich. Dann ertönen Gesänge zum Lob Gottes, die in Zwischenräumen durch Sinfonien musikalischer Instrumente unterbrochen werden. Die musikalischen Instrumente sind in Utopia großen Teils von anderer Art als die Unsrigen. Die meisten sind harmonischer und einige können den Unsrigen nicht einmal verglichen werden. Was aber der utopischen Instrumental und Vokalmusik einen unbestreitbaren Vorzug gibt, ist der Umstand, dass in seltener Vollkommenheit alle natürlichen Seelenzustände verahmt und wiedergibt. Die Utopia passen den Ton so trefflich der Sache an, sie malen so lebhaft die Ergebenheit im Gebet, die Freude und das Mitleid, die Verwirrung, die Trauer und den Zorn. Mit einem Wort, die Form ihrer Melodie stellt mit so großer Wahrheit die tiefsten Empfindungen dar, dass die Seele des Zuhörers sich dadurch wunderbar erregt, durchdrungen und entflammt fühlt. Am Ende des Gottesdienstes sprechen das Volk und der Priester zusammen feierliche Gebete, deren Form durch das Gesetz und in der Art vorgeschrieben ist, dass jeder den Inhalt des Ganzen auf sich selbst beziehen kann. In diesen Gebeten bekennen sie sich zu Gott als dem Schöpfer und Erhalter der Welt. Sie danken ihm für die zahlreichen Wohltaten, die er ihnen erzeigt hat. Insbesondere aber danken sie ihm dafür, dass er sie aus besonderer Gunst inmitten des glücklichen Staates und in einer Religion geboren werden lassen, die ihnen die wahre scheint. Wäre gleichwohl dieser Glaube ein Irrtum, gäbe es irgendeine bessere, dem ewigen angenehmere Regierung und Gottesverehrung, so würden sie die göttliche Gnade um eine Offenbarung in diesem Bezug bitten und sich bereit erklären, in allem seinem Willen zu folgen. Wenn aber im Gegenteil die utopische Gottesverehrung und Regierung die vollkommensten sind, so bitten sie Gott, dass er ihnen die Kraft zur Beharrung verleihen und die übrigen Menschen mit den nämlichen religiösen und gesellschaftlichen Einrichtungen beglücken möge, es sei denn, dass er nach seinen unerforschlichen Ratschlüssen an dieser großen Verschiedenheit der Religionen gefallen fände. Endlich fliehen sie die göttliche Barmherzigkeit an, sie nach einem leichten und sanften Tod in Frieden aufzunehmen. Sie wagen den Himmel nicht um die Verlängerung oder Abkürzung ihres Lebens zu bitten, sie sagen ihm aber ohne Furcht ihn zu beleidigen, dass sie lieber durch den schmerzhaftesten Tod zu ihm eingehen, als seiner Gegenwart selbst durch das glücklichste Leben lange beraubt sein möchten. Nach diesem Gebet werfen sich alle abermals zu Boden Der übrige Teil des Tages wird zu Spielen und militärischen Übungen verwendet. Ich habe versucht, fuhr Raphael fort, ihn durch Formen dieses Freistaates zu beschreiben, welchen ich nicht allein für den Besten, sondern auch für den Einzigen halte, der sich mit gutem Recht einen Freistaat nennen darf. Denn überall anderswo haben diejenigen, die über das allgemeine Interesse sprechen, nur ihr persönliches Interesse ernstlich mit den öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen, weil der besondere Nutzen wirklich mit dem Allgemeinen wohl verschmilzt. Der wird in anderen Ländern nicht wissen, dass durch die Vernachlässigung seiner eigenen Interessen und wäre der Staat auch der blühendste nichtsdestoweniger Hungers sterben würde, daher die Notwendigkeit eher an sich als an sein Vaterland, das heißt an seinen Nächsten zu denken. In Utopia dagegen, wo alles allen gehört, kann niemand an irgendetwas Mangel leiden, solange die öffentlichen Speicher gefüllt sind, denn das Staatsvermögen wird in diesem Land nie ungerecht verteilt. Man sieht dort weder Arme noch Bettler und obgleich niemand etwas sein Eigen nennt, ist dennoch jeder Reich. Gibt es in der Tat einen schöneren Reichtum als denjenigen, der uns heiter und ruhig, ohne Unruhe und Sorge zu leben erlaubt? Gibt es ein schöneres Los, als seiner Existenz halber nicht zittern zu müssen, nicht durch die unaufhörlichen Bitten und Klagen einer Gattin ermüdet zu werden, für seinen Sohn keine Armut zu fürchten, sich nicht über die Aussteuer seiner Tochter zu beunruhigen, sondern sicher und furchtlos zu sein in Betreff der Existenz und Wohlhabenheit für sich und all Designen Gattin Kinder Enkel Urenkel bis auf die entfernteste Nachkommenschaft womit ein Adeliger sich brüsten kann? Diese Vorteile verbirgt der utopische Staat sowohl den Gebrechlichen die früher gearbeitet haben als auch den tätigen Bürgern die noch zur Arbeit fähig sind Es wäre mir lieb wenn jemand diese Anordnungen mit denjenigen anderer Völker zu vergleichen wagen wollte Was mich betrifft so will ich sterben wenn ich bei den übrigen Nationen die geringste Spur von Gerechtigkeit und Billigkeit finde Ist es gerecht dass ein Adeliger ein Goldschmied ein Wucherer ein Mensch der entweder nichts oder nur dem Staat unnütze Gegenstände hervorbringt Ist es gerecht dass diese im Schloss der Untätigkeit oder leerer Beschäftigungen ein angenehmes und glänzendes Leben führen Ackersmann in tiefstem Elend leben müssen und sich kaum die notdürftigste Nahrung beschaffen können gleichwohl sind die Letzteren zu so langer und beschwerlicher Arbeit gezwungen wie sie die Last Tiere kaum ertragen würden zu so notwendigen Arbeiten dass nicht eine einzige Gesellschaft ohne dieselben ein Jahr bestehen könnte In der Tat scheint der Zustand eines Last Tiers tausend Mal besser Dieses arbeitet nicht so lange seine Nahrung ist nur wenig schlechter und sogar seinem Geschmack angemessener und dann fürchtet das Tier nichts von der Zukunft Aber worin besteht das Los des Tagelöhners Eine furchtlose undankbare Arbeit erschöpft ihn in der Gegenwart und die Aussicht auf ein elendes Alter tötet ihn Denn sein täglicher Erwerb genügt nicht für all seine gegenwärtigen Bedürfnisse Wie könnte er daher sein Los verbessern und täglich etwas Überflüssiges für die Bedürfnisse des Alters auf die Seite legen Ist eine solche Gesellschaft nicht unbillig und undankbar welche so viele Güter an diejenigen verschwendet die man unter der Bezeichnung der Vornehmen begreift an die müßigen oder an jene Arbeitgeber in Luxus Gegenständen die ihre Tätigkeit nur frivolen Vergnügen zu widmen verstehen Während sie auf der anderen Seite weder Köhler den Tagelöhner den Fuhrmann den Handarbeiter ohne welche eine Gesellschaft nicht bestehen könnte in ihrem grausamen Egoismus missbrauchte die Kraft ihrer Jugend um durch dieselbe möglichst viel Arbeit und Nutzen zu gewinnen und sobald unter dem Gewicht des Alters und der Krankheit ihre Kräfte abnehmen und es ihnen an allem gebricht vergisst sie ihre Nachtwachen ihre zahlreichen und wichtigen Dienste und belohnt sie mit dem Hungertod dies ist noch nicht alles die reichen vermindern täglich den Lohn der Armen nicht allein durch allerlei schliche sondern auch durch die veröffentlichung von Gesetzen die darauf hin zielen eine so üble Vergeltung gegen diejenigen welche auf den größten Dank des Staates Anspruch hätten erscheint schon anfangs als eine unwiderlegbare Ungerechtigkeit aber die Reichen haben diese Abscheulichkeit dadurch dass sie dieselben durch Gesetze Sanktionierten in ein Recht verwandelt ich sehe daher in den blühendsten Staaten verzeihe mir Gott nichts als eine Verschwörung der Reichsten die unter dem stolzen Namen und Aushängeschild des Staates nur tun was sie wollen die Verschworenen suchen durch jede Art von Trug durch alle möglichen Mittel folgenden doppelten Zweck zu erreichen erstens sich den gewissen und unbeschränkten Besitz eines mehr oder weniger schlecht erworbenen Vermögens zu sichern zweitens das Elend der Armen sowie die Personen derselben zu ihrem Vorteil zu missbrauchen und um den möglichst niedrigen Preis die Arbeiten und Anstrengungen derselben zu erkaufen und diese Machinationen welche die Reichen im Namen des Staates und folglich auch im Namen der Armen festgesetzt hatten wurden zu gesetzen gleich jedoch diese schlecht gesinnten untereinander mit unersättlicher Habsucht alle Güter geteilt haben die für das Glück eines ganzen Volkes ausreichen würden sind sie dennoch weit von dem beneidenswerten Zustand entfernt den die Utopia genießen in Utopia ist der Geiz unmöglich weil man dort von Geld keinen Gebrauch macht welch überfließende Quelle von Sorgen hat man dadurch nicht ausgetrocknet welch nicht bis auf die Wurzel ausgerissen denn wer sollte nicht wissen daß der Betrug der Diebstahl der Raub die Prellereien die Volksaufstände die Klagen die Unruhen die Totschläge die Verräter rein die Vergiftungen wer sollte nicht wissen sage ich daß all diese Verbrechen für welche die Gesellschaft sich unaufhörlich durch Strafen recht ohne sie doch verhindern zu können an dem selben Tag die Unruhe die Sorgen die übermäßigen Anstrengungen und Nachtwachen aufhören die Armut selbst die allein des Geldes zu bedürfen scheint die Armut selbst würde augenblicklich abnehmen wenn das Geld völlig abgeschafft wäre ein offenbarer Beweis ist folgender angenommen es träte ein schlechtes und unfruchtbares Jahr ein währenddessen eine schreckliche Hungersnot mehrere tausend Menschen umkommen ließe nun behaupte ich dass man wenn man am Ende dieser allgemeinen Not die Speicher der Reichen durchsuchen wollte dort unermessliche Kornvorräte entdecken würde wären diese Vorräte zur rechten Zeit unter diejenigen verteilt worden die der Hunger und die Entkräftung aufrieb so würde nicht einer von diesen Unglücklichen die Härte des Himmels und den Geiz der Erde empfunden haben sie sehen also dass ohne Geld jedem die Existenz hätte und dass der Schlüssel des Goldes diese glückliche Erfindung die uns die Pforten des Glücks öffnen sollte uns dieselben unerbitterlich verschließt die Reichen selbst ich bezweifle es nicht sind von diesen Wahrheiten überzeugt sie wissen dass es unendlich viel besser ist niemals des Notwendigen zu entbehren als vom Überfluss umgeben zu sein dass es besser ist von unzähligen Übeln befreit es von großen Reichtümern umlagert zu sein ich glaube sogar dass das menschliche Geschlecht schon längst die Grenze des utopischen Staates sich angeeignet haben würde sei es nun in seinem eigenen Interesse oder um dem Wort Christi zu gehorchen denn der Weisheit des Erlösers konnte das jenige was den Menschen am nützlichsten ist nicht unbekannt sein und seine göttliche Güte müsste ihnen das diese zügellose Leidenschaft die Königin und Mutter jeder gesellschaftlichen Wunde setzt jener Umwandlung der Völker einen unüberwindlichen Widerstand entgegen der Stolz misst das Glück nicht nach dem persönlichen Wohlbefinden sondern nach der Größe der Leiden eines Anderen der Stolze würde selbst kein Gott werden wollen wenn ihm keine Unglücklichen übrig blieben die Er kränken und als Sklaven behandeln könnte wenn der Glanz seines Glückes nicht länger durch die Angst Seufzer des Elends gehoben werden würde wenn das Auskramen seiner Reichtümer die Armut nicht länger martern und ihre Verzweiflung nicht länger aufregen dürfte Der Stolz ist eine höllische Schlange die sich in die Herzen der Menschen eingeschlichen hat die sie durch Gift verblendet und sie weit vom Pfad eines besseren Lebens ablockt Dieses Gewürm beißt sich allzu tief ein als dass man es leicht wieder abschütteln könnte Ich wünsche allen Ländern von Herzens Grund eine Verfassung wie diejenige die ich ihnen beschrieben habe Wenigstens freut es mich dass die Utopia sie angenommen und ihr Reich auf Einrichtungen gegründet haben die demselben nicht allein den blühendsten Zustand sondern auch soweit menschlicher Scharfblick vorauszusehen vermag eine ewige Dauer sichern Denn die Keime des Ehrgeizes der Zwietracht und aller übrigen Laster sind im Inneren ausgerottet Seitdem fürchtet der Staat keine bürgerlichen Uneinigkeiten welche die Macht und der Wohlstand so vieler Städte zerrüttet haben Während die Einigkeit der Bürger im Inneren so fest begründet ist verteidigen die vortrefflichen und energischen Einrichtungen den Staat gegen die Gefahren von außen Der Neid aller benachbarten Könige würde das Reich nicht zu erschüttern oder zu beunruhigen vermögen Sie haben dies schon versucht immer aber sind ihre Versuche gescheitert Als Raphael mit seiner Erzählung zu Ende war erinnerte ich mich einer großen Anzahl von Gesetzen und Sitten der Utopie die mir abgeschmackt erschienen dahin gehört ihr Kriegssystem ihre Gottesverehrung ihre Religion und mehrere andere Einrichtungen was aber besonders all meinen Vorstellungen widersprach war die Basis auf welcher jener seltsame Staat gegründet ist ich meine die Gesellschaft des Lebens und der Güter ohne den Gebrauch des Geldes denn diese Gemeinschaft zerstört gänzlich jede Art von Vornehmheit und Pracht von Glanz und Würde da doch diese Dinge in den Augen der öffentlichen Meinung die Ehre und die wahre Zierde eines Staates bilden dennoch machte Raphael nicht den geringsten Einwurf da ich wusste dass seine lange Erzählung ihn ermüdet hatte außerdem war ich nicht sehr sicher ob er den Widerspruch geduldig ertragen würde ich erinnerte mich daran gehört zu haben wie er eifrig einigen Widersprechenden ihre Furcht vorgeworfen hatte für Schwachköpfe zu gelten wenn sie auf die Behauptungen der anderen nicht etwas zu erwidern fanden ich lobte also die utopischen Einrichtungen ebenso wie seinen Vortrag da nahm ich ihn an der Hand um ihn zum Super zu führen indem ich sagte dass wir ein anderes Mal Muße finden würden tiefer auf diesen Stoff einzugehen und uns ausführlicher miteinander darüber zu besprechen wolle Gott dass dies eines Tages geschehe denn wenn ich auf der einen Seite nicht alles billigen kann was dieser Mann gesagt hatte so gestehe ich auf der anderen Seite gern dass es bei den Utopien eine Menge von Dingen gibt von welchen ich wünsche dass auch unsere Städte sie sich aneignen möchten ich wünsche es mehr als ich es hoffe